Und ein Moinsen zu diesem VfB-News-Video-Podcast. Ja, und ich bin mal gespannt. Ihr seht es natürlich schon, weil es jetzt online ist. Ich noch nicht, ich habe es noch vor mir. Bin gespannt, wie lang das Ding ist. Ich sage es ja oft, mal gucken, wie lang es wird. Aber diesmal halt wirklich. Ich glaube, ich habe wirklich 11, 12 Seiten an Word. Also halt gefüllt mit Links, die ich angesammelt habe, gegliedert habe und sowas. Das könnte ewig dauern. Aber ich arbeite es in einem Wusch ab. Das wären jetzt keine drei, vier verschiedenen Videos. Alles in einem Ding und weg damit. Ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, also für mich so ist es aus dem Kopf. Weil ich sammle das immer, ich sammle das immer. Ich muss halt irgendwie loswerden. Letztes Mal, als wir sowas hier gemacht haben, VfB-News-mäßig, war es ja in einem anderen Stil. Das war dann vor dem Leverkusen-Spiel, glaube ich, mit ein paar Grafiken, wo ich die Infos reingebaut habe. Weil es einfach, ja, ab Dezember war irgendwie ein bisschen komisch, sage ich mal. Vielleicht ist es euch auch ein bisschen aufgefallen. Aber es kamen ja eigentlich nur Stadion-Flogs oder Stadion-Audio-Flogs, wie auch immer. Weil war jetzt nichts Schlimmes so. Halt der Kältung so. Klassische Phase halt oder so. Aber ich habe mich mehr oder minder, weil wir auch so viele Spiele auf einmal hatten, ich auch auswärts dabei war. Ja, mich quasi eigentlich nur von, ja, Stadion-Besuch zu Stadion-Besuch, ich sage mal, aufgepäppelt, fit bekommen, wie auch immer. Oder richtig fit bekommen dann wieder. Deswegen kamen zwischen den ganzen Dingern hier Bayern, Leverkusen, auch so jetzt nie irgendwie noch Vorberichte oder Zwischenberichte, Nachberichte, VfB-News oder so. War irgendwie eine komische Phase. Aber immerhin habe ich es immer ins Stadion gepackt. So ist ja nicht. Das war auch das Wichtigste. Und ja, bezwischen jetzt natürlich einiges passiert. Wir hatten Weihnachten, Neujahr, wir hatten einiges. Ich war bei der Darts-WM am Start, einfach schön mit dem, nach all der Scheiße jetzt auf die Reise-Schild im Alli-Palli ganz wild in der Freitag-Mittagssession. Das war, glaube ich, 16. Finale war das, glaube ich. Auch ein Erlebnis auf jeden Fall. Und mit dem Schild natürlich auch einfach geil. Aber immer noch hier das Schild natürlich. Einfach legendäre Aktion, finde ich. Und musste natürlich auch sein. Wenn du da reinkommst, dieses Schild liegt vor dir. Dann weißt du genau, was du da draufschreibst als VfB-Fan aktuell. Dazu natürlich auch Jahresrückblick. Intro ist für jeden Fall ein bisschen länger, aber ist das ganze Video sowieso sehr lang wahrscheinlich. Jahresrückblick kam jetzt auch. Und pushe hier in dem Sinn nochmal, weil es natürlich einfach auch jedes Mal aufs Neue ein wahnsinniger Aufwand. Ich habe ja auch gerade so ein bisschen Erklärung geliefert. Nicht mehr gepackt, dann das quasi an Silvester schon zu bringen, was ja eigentlich so sonst der Plan wäre für ein Jahres-Best-Off. Und dann eben ein paar Tage später, eine Woche später circa, ich finde es ganz geil geworden, der Jahresrückblick. Schönen Song gefunden. Auch immer eine große Frage, was für ein Lied machst du? Machst du verschiedene Songs und so? Was kommt rein? Natürlich inhaltlich an Videos und so. Vom Kommentaren sehe ich auch, dass es euch gefällt. Freut mich sehr. Aber natürlich gerne das Ding nochmal reinschauen, falls ihr nicht getan habt. Oder nochmal ein zweites Mal. Auf jeden Fall, das ist immer auch sehr, sehr viel Aufwand. Deswegen hier in dem Sinn nochmal der Push meinerseits. Und jetzt gehen wir dann rein in VfB-News, die sich quasi bei Ende Dezember bis jetzt eben aktuell, hier stand Samstag früh, Samstag vormittag, angesammelt haben. Gerüchte, Küche im Sinne von, ich sag's euch mal, weil es, ja, damit wir es im Kopf haben, aber keine ernsthaften Gerüchte, sag ich mal, sind dabei. Es sind generelle News zum Verein dabei. Noch ein bisschen was zu Augsburg, noch natürlich was zu Gladbach später raus. Interessante Gerüchte, interessantere Gerüchte. Haben wir natürlich auch die erste Vertragsverlängerung, die offiziell wurde, gestern am Freitag. Einiges, einiges abzuhaken. Fangen wir mal an. Ich fange an mit Ex-VfB, also natürlich Ex-VfB-Spielern so ein bisschen. Gab es natürlich auch so ein paar Leuten, ein paar interessante Geschichten. Antonis Aydonis ist jetzt zu Borussia Dortmund 2 gewechselt. Der war ja auch bei uns, ja, durch die Jugend durch eigentlich und auch, ich glaube, ein, zweimal Kader-Einsatz. Ich glaube auch sogar ein, zwei Spiele bekommen in der Bundesliga, mal so Kurzeinsätze bekommen. 22 Jahre alt ist er jetzt aktuell und ist jetzt zu Borussia Dortmund 2 gewechselt. So haben wir mal im Vertrag ausgelaufen. Wo war er da hin? Irgendwann Griechenland, glaube ich, ne? Und da jetzt ist er da auch wieder raus. Genau, Aris Tesaroniki war das. Und da auch schon direkt Vertragsauflösung, also auch ganz wild. Und jetzt ist er eben bei Borussia Dortmund 2 in die dritte Liga. auch einer, ist jetzt natürlich weit entfernt in Sachen Ex-VfB oder länger schon her, aber ich finde es interessant, weil, ich glaube, den mochten wir alle oder haben alle ihn gefeiert. Daniel Ginczek zockt immer noch, hat man auch ein bisschen im Kopf gehabt, war ja bei Düsseldorf. Nun ist er zu MSV Duisburg. Habe ich irgendwann mal gesehen auf der Timeline bei Twitter mit reingepackt, so abgehakt. Alexis TBD, das ist ja auch schon ein bisschen länger her, aber ist auch nicht so lange her wie in Ginczek natürlich. Der hat uns ja auch damals verlassen nach Treu. Treu ist, wie spricht man das aus? Ich habe Französisch gemacht bis zum Ende, nicht im Abi, aber bis zum Ende durchgezogen. Ich könnte jetzt gerade nicht sagen, wie man das hier ausspricht aufs Erste. Auf jeden Fall ist er ja dahin. Dann wurde er ausgeliehen auch schon einmal nach, Gott, wie heißt denn das? Niemegen nach Holland. Also 2,6 Millionen haben wir gekriegt für den, von denen im Januar 2023 tatsächlich. Ja, das nächste Riesentalent, das mal gucken, wo der Weg hinführt, sag ich mal. Wir müssen noch nicht zu früh verschreiten, ist aber noch 20 Jahre alt, aber wirkt jetzt nicht so, als wäre das jetzt der Riesenmove gewesen bisher. Und da gibt es jetzt ein Gerücht, ich glaube, ist noch nichts offiziell, ein Gerücht, dass es für ihn zu Manchester City's U21 gehen könnte, per Laie. Das ist natürlich interessant, ist natürlich auch ein Schritt so ein bisschen, sag ich mal. Ja, auch ein größeres Feld oder größere Aufmerksamkeit. Klar, französischer Klub, polnischer Klub, nochmal eine andere Liga, ist klar, anderes Niveau. Aber City, da denkst du ja an so Leute wie ein Sancho oder sowas, sondern da hingeliehen wird und da richtig geil spielt bei Manchester City 2 oder U21 und dann da vielleicht sogar bleibt. Mal gucken, ob er vielleicht da dann über den Umweg quasi seinen Weg geht, aber auf jeden Fall interessant zu sehen, dass der gegangen ist von uns und dann jetzt auch direkt bei Klub Nummer 3 gelandet ist innerhalb von gefühlt einem Jahr. Deswegen auch eine interessante Geschichte bei ihm. Das nächste, Simic. Jan-Karlow Simic, 18 Jahre alt, haben wir damals abgegeben zu AC Mailand für eine Million von der VfB U19 war das im Sommer 2022 und der macht jetzt langsam echt auf sich aufmerksam dort. Hat schon ein paar Spiele bekommen, hat es auch schon getroffen dort, auch schon ein bisschen was berichtet geworden zu ihm quasi, dass er jetzt wirklich auf einem guten Level performt und sowas, dass man jetzt auch seinen Vertrag verlängern möchte, da er jetzt Vertrag noch bis 25 hat bei AC Mailand und auch da einfach ein geiler Post von AC Mailand auf Twitter from Nürtingen Baden-Württemberg to Serie Argos at San Siro. Einfach geil, wirklich geil von from Nürtingen und da ist er geboren und ja, macht seinen Weg nicht schlecht von VfB U19 zu AC Mailand U19 und jetzt macht er tatsächlich seinen Weg natürlich noch nicht Stammspieler, mal gucken, ob das irgendwann noch kommt, aber auf jeden Fall er macht auch gute Schritte, sag ich mal, bei einem riesen Verein wie AC Mailand, deswegen fand ich es auch interessant, das mit reinzunehmen. Emiliano in Sua, kennen wir alle noch, in Sua auf Terotte in der zweiten Bundesliga, auch in der ersten natürlich für uns gespielt gehabt, große Karriere gehabt, große Vereine in der Karriere auch gehabt, mit Liverpool, mit Atlético Madrid, Sporting, Galatasaray, Boca Juniors, zum Schluss nochmal Los Angeles und nochmal in Argentin beim Racing Club, wenn man es so ausspricht, 85 Bundesligaspiele, 40 Zweitligaspiele gemacht für uns, ist glaube ich damals im Winter, genau im Winter von der Zweitligasaison gewechselt, also 2020 im Januar und hat eben jetzt seine Karriere beendet und da ist natürlich alles Gute für die Zukunft an ihm und war natürlich nicht der Überspieler, aber ich glaube schon auch durchaus einen Spieler, den wir, würde ich sagen Fanlieblingen, weil durchaus einfach einen Spieler, den wir sympathisch fand, den wir mochten und ja, wie gesagt, Insua, Terodde, das war glaube ich schon die Geschichte, die man im Kopf behält, Wataru Endo, Wataru Endo, da haben wir es jetzt, lief ja so halbwegs gut an bei Liverpool, dann oft nur Kurzeinsätze und mittlerweile, klar, jetzt passiert durch den Asia Cup oder die Asien-Meisterschaften, der Mann ist richtig angekommen bei Liverpool und ich lieb alles daran, wirklich, schon angefangen oder schon ganz am Anfang von dem Transfer war ja schon klar, jetzt kommen die Premier League Fans, da holst du einen Endo für, was waren es, 20 Millionen, 18, 20 Millionen, also keine 100 Millionen Transfers für irgendwelche Enzo Fernandes oder was weiß ich nicht alles, sondern, boah, da kommt ein Endo, boah, die sind fast abgestiegen, boah, was soll der uns helfen, boah, der ist ja auch schon 30, ne, das war so ein bisschen die Haltung von vielen, nicht von allen, aber von vielen Premier League Fans am Anfang, haben wir uns glaube ich auch alle als VfB-Fan schon in uns sehr gewünscht, dass der den zeigt, was er drauf hat und er tut es mittlerweile, Klopp ja von Beginn an Fan gewesen, deswegen hat er auch geholt, ist ja auch ganz klar, ne, hier sagt er auch, einer der fleißigsten Menschen und ja, am hartesten arbeitenden Menschen, die er je getroffen hat, ist hier ein Zitat von Klopp von vor kurzem, gab es eine Phase jetzt im Winter oder jetzt im Dezember war es glaube ich, wo die auch wieder, ne, es ist ja Premier League, die zocken ja durch, wo die richtig viele Spiele hatten, hier fünf Spiele in 13 Tagen und Endo war der einzige Spieler bei Liverpool, der jedes Spiel gestartet hat, das hat keinen Spieler bei denen gemacht, seit Januar 2006 und er war immer da, wenn sie ihn gebraucht haben, schreiben die Liverpool-Fans, hier auch verschiedene Liverpool-Fans, natürlich Twitter, da ist keine persönlichen Kontakte zu Liverpool-Fans oder so, aber auf Twitter auch hier natürlich der Witz, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, mit den großen Namen, die alle immer gehen in der Premier League und immer gefühlt ja mindestens dreimal so viel Kosten am Ende des Tages, als sie eigentlich wert sind, weil es eben Premier League ist, aber hier hat auch einer geschrieben, hier quasi ruft Stuttgart an und gibt den nochmal 100 Millionen mehr für Endo, ist sehr unfair, also der Mann ist richtig angekommen bei Liverpool, es freut mich extrem, auch die vermissen jetzt wegen Asien-Meisterschaften eben und zum Abschluss, Endo wurde auch schön, der Spieler des Monats von Liverpool, Vereinsintern, im Dezember, einfach geil, freut mich so und gerne weiter so nach den Asien-Meisterschaften, Sascha Kalajdzic, da haben wir natürlich auch alle mitbekommen, ist ja ganz klar, den Mann zieht zu Eintracht Frankfurt, per Laie ist schon offiziell das Ding, glaube ich, eine Konfusion haben sie nicht und da, ohne es jetzt, ohne es zu böse zu meinen, weil ich mochte, glaube ich, ich mochte auch Kalajdzic, als er bei uns war, hat auch wichtige Tore geschossen, immer noch happy, dass wir jetzt ein Gerasi haben, das ist nochmal ein anderes, oder nochmal ein anderes Ding, als den Kalajdzic, also Amusea ist ja gut ersetzt und besser ersetzt dann auch, weil das ist ein bisschen die Frage, was machst du, weil eben Kalajdzic ja einfach, das war so ein Tag vor dem Deadline, der oder so gewechselt ist, diese ganze Geschichte auch mit einem Spiel in Köln, war das am Sonntag, ich glaube es war am Sonntag das Spiel in Köln, 0 zu 0, wo dann auch nicht mit hingereist ist, weil er wusste, ich wechsle und will mich nicht mehr verletzen, am nächsten Tag war der Wechsel offiziell oder am übernächsten Tag, wie auch immer, irgendwie so war das im Sommer und da muss man auch schon sagen, puh, das war schon eine harte Nummer, am Ende kam auch viel raus, dass der Berater viel wollte und auch dieser klassische Premier League Move, vielleicht kam es auch gerade schon bei Endo ein bisschen durch, dass ich vielleicht, Premier League ist schon eine geile Liga so, aber es gibt auch viel, was man daran schon auch nicht mögen kann, sage ich mal und dass dieser klassische Premier League Move so auf Krampf wechsle ich jetzt zu Wulfs, so gibt es bestimmt genug, die uns jetzt irgendwie argumentieren wollen, dass Wulfs ein größerer Verein ist oder wie auch immer, klar kriegt mehr Kohle dort, aber es war jetzt kein Top 6 Klub, das war jetzt kein Top 8 Klub, es ist halt so Wulfs Tabellen mittelfeldmäßig und da wechsle ich jetzt nach, ja, zwei guten Saisons oder eine gute Saison, einer mit viel Verletzung und wenigstens aber noch ein paar wichtigen Toren am Ende bei Kalajcic und dann wechsle ich da auf Krampf da halt hin, weil ich muss nach England unbedingt und da brauche ich mein Gehalt und was weiß ich nicht alles, wie gesagt, war scheinbar auch viel Berater, aber der Mann ist ja trotzdem immer noch selber für sein Glück verantwortlich, das war schon ein eklicher Move am Ende, deswegen auspfeifen, bis man es glaube ich nicht wieder kommt mit Frankfurt zum Auswärtsspiel nach uns in der Rückrunde, aber ich sage es mal so, wie gesagt auch da, ohne böses Blut, es war eigentlich wirklich richtig obvious, klar, es war Kacke mit der Verletzung bei ihm im Sommer, dass er direkt ein Jahr raus war, direkt nach einer Halbzeit war glaube ich schon direkt die Verletzung da und natürlich auch schade dann für ihn, vielleicht wäre es auch anders gelaufen, aber so weißt du spielen wie in Kalajcic oder weißt du wechseln wie in Kalajcic oder auch ein Armada, der es gerade ja auch nicht so wirklich hinbekommt in England, das bei denen war irgendwie von Beginn an klar, kann man jetzt glauben, noch nicht, dass man den Gedanken hatte damals, aber ich hatte auf jeden Fall, dass der spätestens nach zwei, drei Jahren oder so wieder zurückkommt in die Bundesliga oder irgendwo hin ausgeliehen wird, weil es einfach nicht der Durchbruch ist in England, an dem er sich vielleicht erhofft hat, das war mir irgendwie von Beginn an klar, da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, die Tendenz dahin auf jeden Fall, jetzt ist er zurück bei Eintracht Frankfurt, gab aber ganz kurz Gerüchte, dass wir auch mit an ihm dran seien, wurde recht schnell dementiert, Ricky Palm sagt ja auch, dass es im Sommer gegebenenfalls Überlegungen gab, also wahrscheinlich wären Gerasi nicht geblieben oder wie auch immer, vielleicht was zu machen, im Winterfenster absolut keine Option, wie gesagt, ist er jetzt auch schon zu Eintracht Frankfurt gewechselt per Leihbasis, jetzt für ein halbes Jahr eben bis zum Sommer müsste es dann sein, wie gesagt, wünschen wir alles Gute, war er ein guter Kicker auf jeden Fall, auch ein guter Typ, hat er auch nochmal gesehen, nochmal gezeigt auf der Pressekonferenz, wurde nochmal gefragt, hat er ein bisschen geschwägt in Erinnerung zu Sosa, Sosa of Kalajic, die Kombi damals in der Bundesliga, das war ja wirklich der absolute Wahnsinn, aber irgendwie, es war doch schon irgendwie fast klar mit dem Wechsel, was da am Ende des Tages ja, sagen wir mal, passieren wird oder passieren kann, aber auch das nochmal jetzt zur Vollständigkeit, was man ja auch sagen muss, mittlerweile läuft es doch echt bei einigen schon besser in der Premier League, ne, Endo gerade schon angesprochen, Kalajic, damals Situation angesprochen, Aramada läuft es glaube ich gar nicht, ich habe da irgendwann mal ins Spiel reingeschaut gehabt, ich glaube gegen Liverpool war das, wo er eingewechselt wurde und ein Kommentator, in dem irgendwie in 10 Minuten fünfmal aufs Übelste, sag ich mal, für das, was ein Kommentator machen kann, in der Berichterstattung, sag ich mal, quasi gedisst hat, na, was macht der hier auf dem Platz, also hier, also da läuft es nicht so ganz bei Aramada, auch da einfach ein einfach überhasseter Transfer da, im Winter war es ja auch, aber Wintertransfers ist auch mal eine ganz andere Geschichte, im Winter war glaube ich sein Transfer da zu Crystal Palace, auch ein ganz komischer Move, Mangala spielt, der spielt eine wichtige Rolle, kommt auch später nochmal in dem weiteren Teil von Transfergerüchten und Mafropanos, auch da langsamer Start, Euroleague gespielt, Pokalwettbewerb gespielt, jetzt kommt auch eine Liga langsam rein, hat auch Tore geschossen oder schon ein Tor geschossen, ich glaube bei Arsenal war es sogar ein wichtiges Tor dann auch in einem großen Spiel, das heißt, der kommt auch langsam immer besser rein, ähnlich wie ein Endo, sag ich mal, natürlich beim kleineren Verein, aber ähnlich wie ein Endo, deswegen, es kann natürlich auch funktionieren, aber ich glaube, ihr versteht hoffentlich, auf was ich hinaus wollte, bei dem Kalajtjic-Take hier zu dem Thema, dass es zu Frankfurt ist und mit seinem Wechsel damals und dann kommen wir auch schon zu Orel Mangala, ist ja damals zu Nottingham Forest gewechselt, wie gesagt, gerade auch einer der, der sich mit am schnellsten auch durchgesetzt hat und auch eine wichtige Rolle spielt da auf jeden Fall, auch da Nottingham ist ja auch so ein bisschen Mittelfeld, weiß gar nicht, ob unbedingt Abstiegskampf, aber auf jeden Fall eher Mittelfeld als irgendwas anderes, Klub in England, würde ich mal behaupten, in der Premier League und der hat Interesse geweckt und das auch schon im Winter und der wäre auch bereit, quasi im Winter auch schon zu wechseln, 25 Jahre alt aktuell oder mittlerweile, Juventus, SSC Neapel und Galatasaray Istanbul, von dem berichtet Pläti, also Plättenberg, Galatasaray soll wohl auch schon ein konkretes Angebot abgegeben haben, Juventus und Napoli aber auch dran, der Poker habe gestartet und das Neueste auch noch hier, dass Neapel ja auch ein Angebot gemacht hätte, nämlich sechs Monate Laie, also eben bis zum Saisonende mit einer Kaufoption und Juventus sei auch weiterhin dran, auf jeden Fall einige Klubs dran, das heißt, es ist vielleicht gar nicht mal so unrealistisch, dass da was gehen könnte, auch große Klubs, die an dem dran sind, man hat jetzt 22 Millionen Marktwert, nochmal gut gestiegen, bei uns ist er gegangen, glaube ich, mit 15 Millionen, war bei Nottingham über 12 Millionen, wenn man sich die Entwicklung anschaut, und jetzt ist er beim letzten Update auf 22 Millionen hochgegangen, neben dem, dass natürlich erstmal auch ein cooler Transfer wäre für Mangala, große Klubs natürlich auch, ist natürlich auch die Frage, was für uns da vielleicht rausspringen könnte, da wurde nochmal rausgekramt, was damals, ja, ich sag mal, berichtet wurde, zu seinem Wechsel zu Nottingham Forest, das waren ja, ja, 13 Millionen oder sowas in die Richtung, 12 Millionen oder so mit ein paar Add-ons und scheinbar haben wir uns eine Weiterverkaufsklausel gesichert, von 12 bis 14 Prozent, ähm, Markfurt, wie gesagt, aktuell bei 22 Millionen, sag mal irgendwie so 25 oder sowas, würde er kosten, natürlich dann auch erst im Sommer, wenn es jetzt zum Beispiel in Apel wird, mit Leihe und Kaufoptionen, ähm, und ja, da würde natürlich auch ein bisschen dann was bei rumspringen, bin gar nicht unbedingt so sicher, ob, wie das dann, was das dann heißt, Weiterverkaufsbeteiligung, ob wir dann quasi nur Kohle kriegen, die über den 12 Millionen ist oder so, die wir, äh, die wir bezahlt haben damals oder ob wir ganz an dem Ding, äh, mit, äh, verdienen würden an den vollen 25 Millionen, scheinbar auch noch, weil er wohl schon so jung zu uns kam, ist vielleicht auch noch eine Ausbedingungsentschädigung drin, das ist ja auch meistens so 400.000 oder sowas, habe ich ein bisschen was gelesen, bin nicht so tief drin, nicht so, nicht so, äh, ja, nicht so konkrete Zahlen, was das angeht, aber das wird bestimmt nochmal konkreter, sollte denn auch sein Transfer, äh, konkreter werden zu einem, ja, Klub aus Italien möglicherweise. Dann kommen wir zu Überpunkt, sag ich mal, Spiele vor der Winterpause oder was noch vor der Winterpause war, äh, Nummer 1, äh, Kader-Debüt gab es für Samuel Eledi Benedetto, der war das erste Mal im Kader dabei, ich glaube, keine Minute bekommen gehabt, aber war dabei in München, mehr zu einem Spiel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu besprechen, sowieso, habe ich es ja auch immer schon angesprochen und immer in den, ja, Stadion-Flogs dann eben dazu, äh, in natürlich Intro und einem längeren Fazit danach, also da ist schon immer auch was da gewesen zu den Spielen, ähm, aber eben jetzt nicht in diesen VfB-News-Formaten, sag ich mal, äh, gute Hoeneß-Analyse, die nehme ich nochmal mit aus dem Münchenspiel, was auch nochmal zeigt, wie, ja, was für ein Glücksgriff dieser Trainer ist weiterhin, auch da hat er gesagt, ne, gebrauchter Abend, konnten keinen Teil dazu beitragen, dass es ein Spitzenspiel wird, äh, Rückstand gegangen, Zuträge im Spielaufbau, hätte es immer enttäuscht, fahren als verdienter, Verlierer nach Hause, ähm, schnell Blick nach vorne, auf das letzte Heimstück gegen Augsburg, das ist jetzt nichts Besonderes, ne, aber er findet einfach auch immer wieder die richtigen Worte, gute Worte, redet nichts schön, äh, redet aber auch nichts überschlecht, äh, einfach wirklich ein super Fang, den wir gemacht haben, mit Sebastian Hoeneß als Trainer, das ist glaube ich auch immer in der Formulierung auch sogar, äh, eine Untertreibung, und dann kam eben Augsburg, äh, hier nochmal ein bisschen, ein bisschen Throwback mäßig für uns, weil es glaube ich wirklich auch einfach schön war, auch schön für den, ähm, für einen, äh, Throwback ist hier nochmal an der Stelle, auch wenn es schon länger her ist, ähm, 3 zu 0 gegen Augsburg gewonnen, ähm, und das war eine besondere und sehr, sehr starke Reaktion auf das Münchenspiel, erstmal auf das Bayern-Spiel, Widerstandsfähigkeit gezeigt, dass man sowas abschütteln kann, weil Augsburg ja auch echt aus keiner schlechten Phase kam, ne, die waren jetzt nicht da, ja, wie, keine Ahnung, wie ein Abschiedskandidat oder sowas, und es war klar, dass wir die 3 zu 0 aus dem Stadion schlagen, chancenlos für Augsburg, es war eben nicht klar vor dem Spiel, kommen wir gleich nochmal zu ein paar, äh, Stats dann noch, oder, ja, dem Teil, den ihr aus Port Cannstatt kennt, ähm, den ich immer hab, den einen Spieler dann nach dem Augsburg-Spiel, auch hier noch ein paar Infos aus dem mit rein, ähm, auch hier nochmal, äh, ganz viel Liebe, der natürlich auch in die Kurve gegangen ist, ähm, schöne Bilder da, wo das Mikrofon in der Hand, äh, in der Hand hält, in der anderen Hand so quasi in die Kurve winkt und sowas, schöne Worte gefunden an die Kurve, legendärer Spruch jetzt schon, mit diesem, ähm, ja, ich komm auf den Zaun, wenn wir was erreicht haben, also, in die Kurve, ich komm in die Kurve, ich komm auf den Zaun, wenn wir was erreicht haben, da bin ich jetzt schon, ich hab's ja auch ans Ende vom, vom, äh, Jahresrückblick geschnitten, ohne Witz, da krieg ich gefühlt beim Gedanken schon Gänsehaut, ich dran denke, dass man dieses Ding gegen Augsburg, ich komm auf den Zaun, wenn wir was erreicht haben, nach der Saison vielleicht quasi direkt aneinanderschneiden kann, mit ihm auf dem Zaun, weil wir Pokalfinale erreicht haben, weil wir in die Euroleague, Conference League, Champions League gekommen sind, irgendwas in der Richtung, krieg ich gefühlt, bei dem Gedanken allein schon Gänsehaut, das einfach per Facking überstellen zu können, dann, wie er als Move, als cleverer Move, geiler Move, im Winter sagt, ich komm auf den Zaun, was wir erreicht haben, und dann Cut rüber, zum Sommer, er ist auf dem Zaun, wir haben was erreicht, das wäre Endlevel, das wäre Endlevel, das wäre zu geil, ähm, muss man auch bei dem Spiel sagen, haben auch viele genauso auch geschrieben hier auf Twitter, ähm, war wirklich sehr schön, sich auch das nochmal durchzulesen, nach dem Augsburg-Spiel, wie alle geschwelkt sind, ne, in diesem Oh, wie ist das schön Feeling, weil es genau das auch war, klar, das war jetzt vom Spiel her in dem Sinne unspektakulär, es war jetzt kein 3-3 gegen Dortmund, es war kein Last-Minute-Treffer gegen, keine Ahnung, ja, Augsburg zum Beispiel, damals das 2-1 oder sowas in die Richtung eben, ähm, aber es war einfach besonders, das Spiel war natürlich erstmal geil, Augsburg geschlagen, 3-0 hochverdient, geile Tore geschossen, ne, aber das Gesamterlebnis in diesem Stadion, diese, ja, immer weiterhin Euphorie, Aufbruchsstimmung, ne, nach all der Scheiße jetzt auf die Reise, das Ganze, die Fangesänge, das war kurz vor Weihnachten, du hast das Licht da oben gehabt in deiner, ja, in deinem, im Stadion, dieses weiß-rote Licht, ähm, das Ende natürlich, ne, weil wäre es nur das 3-0 gewesen, in Anführungszeichen nur das 3-0, wäre es wieder nach Hause gegangen, wäre natürlich viel weggefallen, weil dieses Ende nochmal, Mannschaft macht eine Runde, der Kapo hält eine Ansprache, wie gesagt, Hoeneß macht die Ansprache, äh, in die Kurve, das war ein wunderschönes Erlebnis, so, das ist genau das richtige Wort, das war ein wunderschönes Erlebnis, ich glaube, jeder, der es im Stadion war, kann es auch genauso beteuern, das war was ganz, ganz Besonderes und eben auch was ganz Besonderes, das Jahr so abschließen zu können, nachdem es ja gestartet hat, mit den, verschiedensten Sachen, mit Labbadia, mit, du hast das Gefühl, du steigst dieses Jahr safe ab, wenn es so weitergeht, dann kommt ein Hoeneß, dann rettest du dich, dann, na, doch nicht ganz gerettet, nochmal Relegation, dann gerettet, dann dieser Wahnsinn, Saisonstart jetzt und du gehst in eine Winterpause, Anfang der Saison irgendwo abgeschlagen, auf 17, 18 gewesen, gehst in eine Winterpause, mit Gesängen, mit, ja, mit Freude pur einfach, mit kurz vor Freuden tränen, gehst in eine Winterpause im letzten Heimspiel, weil du auf Platz 3 stehst, hochverdient, es ist, es war wirklich absurd, aber es war absurd schön, gegen Augsburg, die VfB und sowas, auch nochmal, immer wieder hochgeladen, die Geschichten, auch hier wieder Capo, die Ansprache macht, muss man auch sagen, wie es da gescheppert hat, ich hab's ja auch im Stadion-Vlog drin, auch den gerne nochmal reinziehen, auch nochmal, auch vielleicht einfach nur hören auch, war jetzt nicht viel zu sehen, in dem Stadion-Vlog kein Tor oder so mit drin, aber einfach auch zum Hören, Audio-mäßig, das hat's ja immer auch auf Spotify hoch, die Vlogs mittlerweile, einfach geil, ich mach's selber immer wieder, kann ich ja so offen sagen, offen zugeben, ich hör mir mein Zeug auch selber an, ähm, das war einfach geil, und wie es am Ende gescheppert hat, darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus, wie es am Ende gescheppert hat, als der Capo sagt quasi, ähm, ihr müsst das aushalten, und ich, und ich glaube, ihr könnt das auch aushalten, irgendwas in die Richtung, weil will ja keiner hören, jetzt aktuell, ist ja auch die richtige Haltung von Spieler, Trainer und so weiter, zu sagen, nix da, Platz 3, wir spielen die Saison noch zu Ende natürlich, ähm, noch nix, gibt's noch nix, äh, noch nix zu feiern, noch nix endgültig zu feiern, deswegen in die Richtung, von wegen, ich glaube, ihr könnt's aushalten, und dann nochmal dieses, nach all der Scheiße, jetzt auf die Reise, Stuttgart International, das hat so gescheppert, in dieser Arena, auch schon lange nach Abpfiff, das war ein Wahnsinn, das war unfassbar geil, ähm, gegen Augsburg das Erlebnis, ähm, hier schreibt's auch, eine krasseste Stahlianerlebnisse, eins der krassesten Stahlianerlebnisse ever, ich bin fix und fertig, und genau das war's auch gegen Augsburg, ähm, obwohl es jetzt, auch ohne da jetzt auch so runterzureden, halt nur ein 3-0 war gegen Augsburg, aber der Gesamtrahmen hat das Spiel einfach so dermaßen besonders gemacht, und dann, wie gesagt, hier auch noch geschwind, ähm, paar Geschichten, die ich im, äh, Podcast statt auch schon angesprochen hatte, dann auch schon länger her natürlich, aber auch da angesprochen hatte, im, äh, Podcast eben nach dem Spiel, nämlich der 1-Spieler zu Augsburg, der 1-Spieler nach Augsburg, ähm, weil wie gesagt, das war nicht selbstverständlich, ne, also in der Torup-Tabelle, ähm, standen wir, ja, punktgleich, auf Platz 6 und Platz 5, punktgleich, beide hatten in 8 Spielen, die eben Torup da ist, 13 Punkte geholt, ne, also jetzt dann einfach die mal so 3-0 zu schlagen, war schon was Besonderes, wir hatten auch das Zitat natürlich von, haben wir natürlich auch da angesprochen, schon im Fazit nach dem, nach dem Stadionerlebnis, ähm, oder im Stadionvlog, das Demirovic Zitat, quasi so, so hergespielt wurde, noch nie, auch nicht gegen die Bayern, das war schon krass, 63% Ballbesitz hatten wir, das hat man, da hatten wir nur mehr gegen Hoffenheim und Heidenheim, und witzigerweise gegen beide verloren, ähm, 614 zu 296 gespielte Pässe, Passquote 87% zu 81%, die Wurde Zweikämpfe waren mal besser, ein bisschen mehr ist Augsburg gelaufen in der Gesamtdistanz, aber wir sind mehr gesprintet, und das ist auch nochmal ein Zeichen, auch da machen wir Schritte nach vorne, 265 Sprints waren es gegen Augsburg, das waren die meisten Sprints von uns in einem Bundesligaspiel, in der bisherigen Saison, und das liefern dir dir am letzten, ja, Spieltag des Jahres quasi ab, am letzten, oder vorletzten Spieltag, dann in dem Sinne der Hinrunde ab, bevor es in die Winterpause geht, wo du noch vier Tage davor das Gefühl hast, das in München, boah, die sind vielleicht ein bisschen platt, und vielleicht ist ein bisschen die Puste raus, und dann in dem Spiel holen sie nochmal alles raus, und die liefern die meisten Sprints ab in der Saison bisher, vom VfB vereinsintern, das war schon ordentlich, 500. Bundesligaspiel insgesamt, in der Bundesliga-VfB-Historie, ohne Gegentor, und jetzt auch der fünfte Heimsieg gegen Augsburg in Serie, das ist auch eine krasse Statistik, der fünfte Heimsieg gegen die in Folge, insgesamt haben wir nur sie im Heimstil gewonnen, gegen die jetzt eben fünf am Stück, und alle bisher mit einem Torabstand, vorhin angesprochen, 2 zu 1 haben wir mal gewonnen, das 3 zu 2 war noch, ist noch im Kopf, diese Last-Minute-Dinger gegen Augsburg, irgendwann 2 zu 18, glaube ich, auch mal 1 zu 0 gewonnen, oder sowas, um den Dreh, und jetzt waren es eben mal das erste Saftige, mit drei Toren Abstand, Stiller, mit dem Zauberball auf Führig, ist ja auch ganz klar, das erste Mal in seiner Karriere, dass er zwei Tore in einem Spiel auflegt, Führig auch angesprochen, fünf Treffer nun, jetzt schon sein Saisonrekord egalisiert, aus letzter Saison, es hat nach 34 Spieltagen auch fünf gehabt, und es war schon das 100. Bundesligaspiel für dann Axel Zagadou, Damen, das ist hart für ihn, ist der Keeper in der Bundesliga, der am längsten auf ein Spiel ohne Gegentor wartet, jetzt war es schon Spiel Nummer 29, was ja auch wieder nicht gegentorlos blieb, drei Hütten sich gefangen, Nübel auf der anderen Seite, natürlich das ist auch ein gravierender Unterschied zur letzten Saison, dieser Qualitäts-Push, auch auf der Torwartposition, hat nun den zweiten Platz geteilt, in den Weißen Westen, mit Artubolo von Freiburg, beide sechs Mal in 16 Spielen, auf Platz 1 ist Radetzky, Tabellenführer Leverkusen, der hat noch einmal mehr zu Null gespielt, 3-0 gegen Augsburg zum Schluss noch, war der elfte Sieg in der Hinrunde gewesen, auch das jetzt schon neuer VfB-Vereinsrekord, das heißt auch die elf Siege wurden in keiner Meistersaison in der Hinrunde erreicht, das ist schon brutal, und wie gesagt, es fehlt ja noch, kommen wir noch zum Schluss da drauf, natürlich ein Spiel fehlt noch in der Hin-Serie, ist sogar noch ein zwölfter Sieg drin, weil Gladbach ist ja noch Hinrundenspiel, auch wenn dazwischen jetzt eine Winterpause war, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, auch das war der zweite Einspieler in der Podcast-Stadt-Folge, ja zum Jahresabschluss, sage ich mal, nehme ich natürlich VfB das Jahr in Zahlen, hat der VfB selber auch einen Artikel veröffentlicht, auf der Seite mit ein paar netten Zahlen zum Jahr, auch von hier, von uns aus, von meinem VfB aus, einen schönen Instagram-Rückblick, habe ich da gebastelt gehabt, wie man es kennt, letztes Jahr auch schon gemacht, zehn Dinger, die halt gehen auf Instagram, zehn Slides mit, wie gesagt, wirklich von Labbadia über Hoeneßkomm, 0 zu 1 in Nürnberg, 2-3 in Bochum, direkt in derselben Woche, die Woche drauf, dann ist wilde 3-3 gegen Dortmund, Relegation drin geblieben, Transferfenster, wo man dachte, ach du heilige Scheiße, wie sollen das besser werden, und dann September war krass, jedes Spiel gewonnen, alle vier Spiele gewonnen, krasser September, die Gerasi-Show, die sich hier durchzieht seit Ewigkeiten, und darf dann auch im Pokal Dortmund geschlagen, in der Liga Dortmund geschlagen, im Pokal auch, muss man auch sagen, auch da haben wir wieder weitergekommen, Viertelfinale wieder mal im Pokal, gegen Leverkusen, eine wahnsinnig erste Halbzeitgespiel, gegen Tabellenführer, und dann eben dieser wunderschöne Abschluss mit Augsburg, Frohe Weihnachten, Pyro, Fangesänge, Mannschaft, sitzt vor der Kurve, Kapo, Hoeneß angesprochen, alles, schönes Licht, dies, das, wunderbarer Abend, und eben Platz 3, 16 Spiele, 34 Punkte, und auch da zum Abschluss hier noch, das, was ich auch ein bisschen datentechnisch wieder rausgesammelt hatte, ist natürlich auch erstmal interessant, dann auf die Jahrestabelle zu schauen, weil er ging ums Jahr 2023, und da sind wir auch auf Platz 5, wie gesagt, wir sind gestartet irgendwo auf Platz 17, 18, weiß ich gar nicht mehr, wo wir da genau waren, quasi vor der Rückrunde der Saison, 35 Spiele, 15 Siege, 8 Unentschieden, 12 Mal verloren, 53 Punkte, aufs Jahr gesehen, sind nur Bayern, Leverkusen, Dortmund und Leipzig vor dem VfB, und das, obwohl ja Hoeneß auch in Anführungszeichen erst seit April da ist, das ist absolut absurd, das ist komplett absurd, in seiner Hoeneß-Tabelle, sind wir auch sogar Vierter, aufs Jahr gesehen, überholen da auch den BVB, 47 Punkte in 24 Spielen haben wir da, seitdem er hier angeheuert hat, Sebastian Hoeneß, Punkteschnitt von 2,1 pro Spiel, es ist wirklich, man findet keine Superlativen mehr, für das, was der Mann hier geleistet hat, seitdem er da ist, es hätte ja schon gereicht, dass er uns drin hält, das war ja schon ein halbes Weltwunder, und jetzt fährt er diesen Film da, weil es gibt es ja auch oft, so, du pusht dich durch eine Rückrunde, jetzt im ganz weitesten Vergleich, bei der Fußball waren ganz andere, ich würde gar nicht vergleichen, aber auch ein Korkut hatte eine krasse Rückrunde, und Ergebnisse, Ergebnisse, und Platz 7 am Ende, neue Saison, fuff, war vorbei, runter, down das Ding, aber der Mann schiebt das hier auf einem Level durch, weil hätte ja sein können, dass du sagst, boah, gerettet, Relegation, puh, gut, jetzt kommen wir erstmal wieder runter, boah, schwieriges Transferfenster, starte Scheiß in die Saison rein, hätte alles passieren können, nein, überhaupt nicht, das ist so krank, wie gesagt, 34 Punkte, das ist jetzt schon ein Punkt mehr, als in den letzten beiden ganzen Saisons, ne, 33 Punkte jeweils, einmal Platz 15, einmal Platz 16, ähm, zweitbeste Saisonstart des VfB aller Zeiten in der Bundesliga-Saison, besser nur unter Magath, da war es ein Punkt besser, 2003, ähm, und, weil da blieb es bei den 35 Punkten, wenn wir Gladbach einen Punkt holen, können wir gleich ziehen, nach 17 Spielen, oder eben mit einem Sieg, sogar in Gladbach, dann ist es wieder, äh, sind wir wieder auf Kurs von bester Saisonstart aller Zeiten, ähm, überwintern auf einem Champions-League-Platz, das ist komplett absurd, sieben Punkte Abstand sind es, plus ein deutlich besseres Torverhältnis, also so gesehen, acht Punkte Abstand sind es auf dem BVB, auf Platz fünf, nochmal drei Punkte mehr, nach hinten zehn Punkte Abstand sind es auf dem ersten, nicht-europäischen Platz, zehn Punkte, das sind dreieinhalb, vier Spiele, die man patzen muss, und die andere natürlich alles gewinnen müssen, um uns runter zu kegeln, aus den, ja, insgesamt internationalen Plätzen, Conference League, Euroleague, Champions League, es ist komplett krass, und natürlich auch, für den Vergleich, letzte Saison, es sind aktuell vier, also eben jetzt vor dem Spieltag, 24 Punkte Vorsprung, auf Platz 16, 24, das ist komplett krank, es ist komplett krank, Gerasi und Undaf, Top-5-Torschützen der Liga mit dabei, 17 und 9 Treffer, und auch da, interessant, der letzte, der beim VfB in der Saison 17 Tore erzielt, was Gerasi ja jetzt schon nach einer Halbserie hat, war Martin Harnik, 2-11, 2-12, und der eben in der gesamten Saison, nach 34 Spieltagen, hatte er 17 Treffer, Gerasi hat das schon nach der Hälfte, also auch da ist, ja, auf Rekordkurs, klar, jetzt ist er im Afrika Cup erstmal weg, aber da, vor der Saison habe ich es ja im ersten Spiel aus Spaß reingebrüllt, mit einem Kollegen, gegen Bochum, 1 von 25, er ist auf Kurs, also die 25, die könnt ihr schon holen, und ich glaube, das wäre es ja auch genau die Quote quasi, die ihn zum Besten macht, weil ich glaube, irgendwann hat Glockenburg mal 24 gehabt, oder sowas in die Richtung der Bundesliga, das heißt, es wäre schon sehr, sehr geil, wenn er mal 25 Glocken macht, Gerasi, mal gucken, wie es bis zum Saisonende durchläuft, vorhin auch schon kurz angesprochen, historisch auch im Pokal, darf man auch nicht vergessen, zum ersten Mal seit 11 Jahren, so lange war es ja her, Pokalfinale, seit 11 Jahren, sind wir wieder zweimal in Folge, mindestens im Viertelfinale im Pokal, natürlich geht es ja auch noch weiter, auswärts in Leverkusen, mal gucken, das schwierigste Gegner bei Leverkusen, aber wenn man den schlagen sollte, wenn man auswärts in Leverkusen schlagen sollte, wäre er natürlich erstmal komplett krank, und danach ist das Feld echt so, dass man ohne abgehoben zu sein, echt sagen kann, du kannst das Ding holen, immer mit dem Denken, in der aktuellen Leistung, die wir gerade abliefern, auch Marktwert steigert sich natürlich, steigert sich natürlich mit solchen Leistungen, 151 Millionen waren es in der vergangenen Saison, Platz 11 in der Liga, jetzt sind es aktuell, oder ich habe, zu dem Zeitpunkt waren es 222 Millionen Euro, weiß gar nicht, ob es noch genau gleich viel sind, und Platz 6 in der Liga, Platz 7, glaube ich, aktuell in der Liga, auf jeden Fall, ich glaube, der Punkt ist trotzdem, glaube ich, klar geworden, und das ist schon, das ist schon krank, auch hier habe ich es zum Schluss nochmal eingebaut gehabt, in den einen Spieler, dass wir uns einfach von einem Bein in der zweiten Liga dahin entwickelt haben, dass der gegnerische Kapitän dir sagt, dass er in seiner Karriere noch nie so hergespielt wurde, auch nicht von den Bayern, wir haben eine unglaubliche Hinserie gespielt, das ist, ja, nicht mehr in Worte zu fassen, und mal gucken, wie es jetzt weitergeht, am Sonntag Gladbach, dann kommen wir zu, ich sag mal, anderem zum VfB, oder ein bisschen mehr, ja, zum Verein oder so, ein bisschen weg von Spielern oder sowas, man versteht, was ich meine, natürlich alles jetzt hier nicht perfekt gegliedert, ich habe es versucht, aber bei der Menge natürlich immer schwierig, aber ich hoffe, ich habe es so halbwegs in gescheite Parts, sag ich mal, geteilt, immer wieder Porsche-Deal ist das erste, da gibt es jetzt auch nichts Offizielles zu vermelden, hier ist jetzt irgendwann, weil natürlich die DFL das Ding erst noch durchschieben muss, dass die Entscheidung frühestens im Januar erwartet wird, hier ist es irgendwann mal im Dezember, dann allerdings kamen irgendwelche Clips schon raus, mit Porsche und VfB quasi, Gerasi, und da Führig im Clip zu sehen, auch Gerasi hat selber hochgeladen bei ihm auf Instagram, kurz vor Weihnachten quasi Zero-Gerasi x Porsche, natürlich, es war jetzt keine Verkündigung vom Porsche-Deal, aber ich glaube, das ist vielleicht auch zumindest mal, formulieren wir es mal so, als gutes Zeichen zu sehen, glaube ich, dass so Geschichten da schon mal passieren, Pokal in Leverkusen wurde terminiert, auch gerade schon angesprochen, da geht es nämlich weiter im Pokal, 6. Februar, Auswärtsspiel, ist glaube ich ein Dienstag, Anstoß 20.45 Uhr, live bei Sky und auch im Free-TV in der ARD, weitere Terminierungen gab es auch noch, da haben sie ordentlich durchgeschaltet nochmal, schon terminiert bis Mitte März, das ganze Ding, neu terminiert wurde Leipzig, Heimspiel, Samstag 27.01.15.30, Freiburg, Woche drauf, auch Samstag auswärts 15.30, Sonntag, die Woche drauf, ist Mainz am Start, 11.02. Heimspiel, danach auch wieder auswärts am 17.02. in Darmstadt, auch wieder Samstag, die Woche drauf, zu Hause gegen Köln, also da können wir uns echt nicht beschweren, und wir haben es so oft Samstag, von Ansetzungen können wir uns diese Saison wirklich, wirklich nicht beschweren, glaube ich, da ist Köln 24.02, wie gesagt, Heimspiel gegen die, danach ist Wolfsburg, 2.03, 18.30, Topspiel der Woche in Wolfsburg, dann haben wir ein Freitagabendspiel, 8.03 gegen Union Berlin am Freitagabend und dann das nächste Topspiel der Woche, Ansetzung, Samstagabend, auch letzte terminierte Ansetzung, 16.03, TSG Hoffenheim, auswärts 18.30 und da kann ich schon mal sagen, dass das, glaube ich, was mit so am meisten im Kopf geblieben ist direkt, weil wir hatten es ja schon, da war ich auch immer wieder dabei in Hoffenheim, ich glaube, dreimal geht es schon, das eine war irgendwann ein Mittwochabendspiel, das andere war ein Dienstagabendspiel oder sowas in die Richtung und das andere war Freitagabendspiel, da ist halt, da war schon immer eine gute Invasion am Start, ne, immer so 6.000, 7.000 oder so, mal 8.000 in die Richtung, irgendwie so, ne, während Corona war immer weniger möglich, aber Hoffenheim wurde schon immer gut eingenommen, ist auch nichts Neues, machen viele Vereine, Frankfurt, Schalke und so, haben das Ding ja komplett auseinandergenommen, immer wieder, Hoffenheim lässt sich gut einnehmen, weil auch da locker über den freien Verkauf von denen an Karten kommst, verkaufen die Dinge ja selber auch nicht aus, war der schwächste Heimschnitt, glaube ich, auch wieder vor kurzem irgendwo gefühlt, 14.000, 15.000 Heimfans statt eben 30, die reinpassen, das heißt, das direkt im Kopf, Hoffenheim, mal nicht Freitagabend, ist ein bisschen eklig, die Anschlusszeit, mittwochs und dienstags ja sowieso, Samstagabend, knackig, 18.30, brauchst auch nicht, brauchst eh nicht lange hin, ist am Wochenende, ich glaube, da kann man wirklich mal so richtig eine Inversion starten, da habe ich richtig Hoffnung drin, dass wir da wirklich auch mal mit 10.000, 11.000, 12.000 da gefühlt hinfahren, nach Hoffenheim, wie gesagt, letzte Mal war auch krass, waren immer geile Erlebnisse, 7.000, 8.000, Ergebnisse oft ein bisschen doof in Hoffenheim, letzte, beide Male, diese Last-Minute-Dinger einmal unten schien, einmal noch verloren sogar, aber da, da hoffe ich sehr, wann war es nochmal genau, 16.3., ja, 16.3., 18 Uhr in Hoffenheim, schreibt es euch rein, ich hoffe sehr, dass wir da Hoffenheim richtig schön, richtig schöne Inversion machen können in Hoffenheim, Heimspieler haben wir da eh, Heimspieler haben wir da auch mit 3.000 Auswärtsfans so, aber das war eine richtige, richtige Inversion in Hoffenheim starten können, das wäre schon richtig geil, das bleibt glaube ich am meisten hängen, ähm, aus der, aus den Terminierungen, grandioses Weihnachtsvideo, auch das muss man ansprechen, der VfB, ja, wird immer, immer besser, was Social Media angeht, was YouTube angeht, was, ne, die ganzen Themen angeht, Instagram angeht, Twitter angeht, das war ja, schon durchaus ein bisschen eher ein Schwachpunkt, äh, lange Zeit, aber mittlerweile werden es ja richtig, richtig gut, ähm, und dieses Video zu Weihnachten war glaube ich ein Hochkantformat, also vor allem für Reels und sowas, aber auch auf YouTube hochgeladen worden, Weltklasse, feedliche Weihnachten, ne, Feed, Insta-Feed, TikTok-Feed, ne, ähm, grandios gemacht, sich selbst komplett hops genommen, oder sich selbst eben, ne, nicht so ernst genommen, Memes mit reingepackt, die wir VfB-Fans schon länger machen, das heißt, die, die merken das, die kriegen das mit, die sehen das, die übernehmen das, Don Wohlgemuth war mit dabei, der am Kochen war und sowas, ähm, der Entspann-Dich-Werle war auch Next Level, Entspannung mit Werle, ähm, Fenster auf Kipp und sowas war grandios, auch natürlich hier mit Fabi Rommel war es glaube ich ein guter Mann reingenommen, äh, auch einfach, der es auch witzig rübergebracht hat, Spieler mit G, da setzt sich Gentner hin, äh, äh, wollte ich nicht, aber auch geil und sowas, hab ich auch super geil rübergebracht, das ganze Ding, wo ich beim allerersten Mal dieses Video gucken, dieses Gentner-Ding hat mich komplett abgeschossen, dieses Gentner-Ding hat mich komplett mitgenommen, weil wir hatten immer diese, diese, diese Memes von wegen, keiner weiß, was Gentner macht, und es hieß immer nur, ja, werden klare Aufgaben definiert und hier und da und sowieso, und dann kommt einfach dieses, dieser Gentner-Clip, da wurde gefragt, und was machst du eigentlich, was machst du eigentlich konkret, also ja, viele klare Aufgaben, die definiert wurden oder so, und dann der Cut, das hat mich komplett gekillt, also wirklich Weltklasse-Video, richtig geil vom VfB, richtig stark gemacht, ähm, auch schon die Spieler mit drin gewesen, Hünes mit drin gewesen, Gerasi mit drin gewesen, und so weiter und so fort, wirklich ein grandios, gutes Video gemacht vom VfB, an der Stelle, Markenbotschafter, das nächste Thema, ähm, der VfB verpflichtet einen Weltmeister, einen Europameister und einen Meister-Torwart, das haben wir uns verkündet, nämlich Guido Buchwald, Hansi Müller und Timo Hildebrandt, ähm, sind wieder offiziell für den Verein engagiert, ähm, nämlich im Markenbotschafter-Team, dem auch Kakao angehört, weil auch schon länger, Kakao kam damals im selben Atemzug wie Kedira und sowas, glaube ich, es war dasselbe PK, meine ich, ähm, Budenzauber, äh, gehen wir zu den Hallenturnieren, und auch da war Guido Buchwald dabei, ich glaube, der macht da, den Trainer davon, irgendwie sowas in die Richtung, ähm, und das, äh, war ein, ja, zwei Turniere, die jetzt auch beide schon durch sind, das letzte war dann gestern, ähm, in Oldenburg, ähm, dabei Stravko Kuzmanowitsch, Manuel Fischer, Julian Schieber, Alexander Farnelrüt, Guido Buchwald, Timo Wenzel und Angelo Vaccaro, waren am 5. Januar dabei für den VfB, eben, ja, in der Traditionsmannschaft, in der namhaften Traditionsmannschaft, wurden da Zweiter im Finale verloren, gegen Werder Bremen, ähm, da haben sich gerecht, dann gestern kam weiter ins Finale, eben gegen Werder Bremen war es, glaube ich, aber dann eben im Finale gegen die Traditionsmannschaft, ähm, der Bayern verloren, im Matei Cup, hieß das ganze Ding, ähm, gestern Abend und auch da Thorsten Kirschbaum dabei gewesen, Milan Jokovic, Kakao, Jochen Seitz, auch wieder Vaccaro, Weiß, Radgeb, ähm, Wenzel, Kovacevic, Christian Gentner, Christian Tresch, Kuzmanowitsch, Dennis Berger, Manuel Fischer, Alexander Farnelrüt waren da dabei und wurden Zweiter, also beide Male sehr, ja, sehr amtlich abgeliefert, Zweiter Platz geholt in diesen Turnieren, ich glaube, gibt es viele, die auch früher noch, das ist wahrscheinlich fast sogar noch zu früh für mich, oder da war ich halt auch noch sehr jung, und man kennt es ja noch, diese Turniere, ich glaube auch noch mit richtig offiziellen Spielern doof gesagt, im Winter auf Sport 1, so Geschichten, Hallenturniere, das war schon geil, jetzt auch im Winter, jetzt auch in Weihnachtsferien, sag ich mal, oder eben in der Winterpause, es gab auch sehr vieles, die Dinger hier reingezogen, ähm, die, die, die Hallenturniere, auf jeden Fall schön zu sehen, dass da auch VfB da auch ein paar Leute am Start hat, die da Bock drauf haben, die da gerne kicken, ähm, auch viele, die immer zugeschaut haben, ähm, und zweimal Zweiter Platz geworden, noch besser war es sogar beim Mercedes-Benz Junior Cup, auch traditionsreicher Cup, seit 1991 wird das Ding ausgetragen, ähm, zwölf Jungs der VfB und 19 waren dabei, Ulpins, Bart, Mitakidis, Lürs, Reinhard, Korkut, Sanjohn, Batista, Malanga, Buakye, Acevedo und Bujupi waren, ähm, mit, äh, mit am Start, ähm, Hönes wurde da auch ausgezeichnet, in die Hall of Fame aufgenommen worden, vom Junior Cup, ähm, war als U19-Trainer von Bayern auch zweimal, ähm, ja, beteiligt, also zweimal auch teilgenommen an dem, äh, Pokal, sind auch immer wieder sehr, sehr große Mannschaften dabei, VfB, äh, hat erstmal 2-1 gewonnen gegen Heidenheim, danach 1-2-2-1 gegen Rapid Wien, ne, Titelverteidiger, auch schickt immer wieder eine geile Jugend dahin, 1-1 gegen Man United dann, ähm, Halbfinale geschafft, ähm, Rapid Wien, das davor war Vorrunde und Zwischenrunde, 5-3, das war ein sehr wildes Spiel, kann man alles verfolgen auf Sport 1 und sowas, glaube ich, ähm, und dann das Ding gewonnen, der VfB hat den Junior Cup gewonnen, im Pokalfinal 1-0 gegen Union Berlin tatsächlich, das erste Mal gewonnen das Ding seit 2007, also sehr, sehr geil, Glückwunsch da nochmal, auch da konnten wir hier von meinem VfB aus ein sehr geiles Video bringen, wie ich finde, mit Highlights, die wir da tatsächlich auch mal bringen durften, ähm, Highlight Clips eben aus den Spielen, ähm, hier Philipp war am Start, Philipp Meisel vor Ort mit Gormitz gesprochen, Nico Willig, Klaus vor, Greeky Palm mit dem Video, das gerne reinziehen, das Ding findet ihr bei meinem VfB auf YouTube, ähm, sehr geil gewesen, auch die Turniertage zu verfolgen, da auf jeden Fall auch wieder ein schöner Cup, schöner Hallen Cup auf jeden Fall, und natürlich viele schon die Parallele gebracht, ne, 2007, Profis nach 16 Spieltagen Dritter, VfB gewinnt Junior Cup, VfB-Profis werden Deutscher Meister, 2024, 20, Profis nach 16 Spieltagen Dritter, VfB gewinnt Junior Cup, und das letzte, ne, steht noch aus, auf jeden Fall, ähm, was auch, äh, da im Rahmen gesagt wurde, ähm, ist von, von Stefan Hildebrandt, der jetzt hier NLZ-Leiter ist, da hat er hier von Krücken übernommen, hat mir nichts richtig im Kopf, ähm, dass man wohl in guten Gesprächen ist, über eine Vertragsverlängerung, ähm, mit, äh, oder über den Vertrag von Nico Willig, das habe ich so ein bisschen aufgegriffen, irgendwo am Rande noch, und finde auch eine interessante Info, weil Willig natürlich auch ein Riesenteil des Erfolgs ist von der U19, auch schon seit Jahren da, Nico Willig, ne, und wo ich echt auch meine Aktien drin habe, wo ich sehr drauf gucke, ähm, ist ja aus dem Kader vom VfB, aus der U19, das ist Julian Lührs, ist glaube ich sogar noch mehr, eigentlich Kader U17, ist glaube ich noch 17, bin gar gar nicht sicher, aber mit dem Kollegen habe ich einfach früher bei mir, ja, ja, quasi drei Häuser weitergekickt, deswegen, da habe ich Aktien drin, verfolge ich den, den Lauf von Julian Lührs, bin ich sehr gespannt drauf, äh, ob der Kollege, oder wie weit es der Kollege schaffen könnte. Weiter mit dem Afrika Cup, der jetzt dann auch ja schon bald losgeht, heute Abend ist das erste Spiel, sehe ich hier gerade, 21 Uhr, ähm, da stellen wir natürlich auch ein paar Leute ab, da stellen wir nämlich Seru Gerasi ab, und wir stellen, ähm, Silas ab, für Guinea und für den Kongo, ähm, Finale ist am 11.2., soweit geht das, das wäre am selben Tag, wie das Heimspiel gegen Mainz, und dann ist die Frage, wie lange, ähm, sind die weg, wie lange ist ein Silas weg, wie lange ist ein, ähm, Gerasi weg, ich glaube, Gerasi hat ein bisschen mehr Chancen, ähm, als ein Silas in der Gruppe, vielleicht könnten es beide rausschaffen, aber ich glaube, die wirklich Finalchancen, Halbfinalschancen haben die nicht unbedingt, Halbfinals am 7.2., Viertelfinale 2. und 3.2., ähm, also vielleicht geht da schon was gegen Mainz, wahrscheinlich aber doch eher gegen, gegen Darmstadt müsste dann sein, die Woche drauf erst, also ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie zu sehr drauf, drauf vorbereiten und drauf freuen und drauf hoffen, oder wie auch immer, dass er besonders früh rausfliegt, für, dass er ein Spiel früher da ist, wieder oder sowas, ähm, einfach machen lassen, äh, die Männer da unten beim Afrika Cup, ähm, Kongo auch eine geile Aktion gehabt, oder geile Aktion gemacht, ähm, nämlich ein Foto geschossen, ein Mannschaftsfoto geschossen, aber, mit den Trikots von den Vereinen, ähm, von denen sie kommen, und da haben sie ein Foto geschossen zusammen, ein Mannschaftsfoto, finde ich sehr, sehr geil, in den verschiedensten Klubs, Westprom, Galatasaray, Marseille, Silas im VfB-Trikot, sehr, sehr coole Aktionen, auch sehr kreative Idee, hat mir sehr gut gefallen, das zu sehen, natürlich auch dasselbe noch, die läuft auch bis 10. Februar, auch eben ab jetzt dann, oder seit gestern, glaube ich schon, ähm, ist dann, äh, der Asien Cup, die Asien-Meisterschaften, da wurde Jung natürlich nominiert für, äh, Südkorea von Jürgen Klinsmann, Junge, der der Trainer ist, und natürlich auch Hiroki Ito auch dort weg, also die vier Spieler fehlen uns da ja bekannterweise, ähm, vor dem Testspiel gegen Fürth, äh, nochmal ganz kurz, äh, der Trainingsboom, weil das war echt krass, klar sind Ferien, ähm, ne, Weihnachtsferien und so Geschichten, rund um die Feiertage und rund ums neue Jahr und sowas, aber trotz des Kackwetters war ein richtiger Trainingsboom, dann da, äh, beim VfB-Training, beim öffentlichen Training, die Leute standen, an die Leute standen Schlange, richtig, richtig stark, der VfB begeistert eben wieder, ne, so einfach ist es, der VfB begeistert wieder, und das wirst du in jeglichen Lagen sehen, und sei es nur ein öffentliches Training, ne, Testspiel gegen Fürth, auch das lief, 6.1. war das ganze Ding, ähm, wie ich es sehe, der VfB auch hier sogar mittlerweile weitergedacht, ähm, weil wir haben natürlich das Ding gestreamt auf YouTube, mittlerweile auch sogar, ähm, Timestamps drin, für die Tore jeweils, das ist krass, ich weiß gar nicht, ob sie das schon länger machen, das ist mir gerade erst aufgefallen, hier vor mir, aber das ist auf jeden Fall auch ein geiler Move, um die Tore einfach durchzuskippen, weil 6.1 gewonnen, gegen Fürth, überzeugender Auftritt, wird lügen, wenn ich sagen will, ich habe das ganze Spiel gesehen, wir sind durch die Tore geskippt, wir sind durch die Meinungen, äh, und Artikel und sowas durch, durchgeschaut, zum Testspiel, alle wieder sehr überzeugt davon, sehr guter Auftritt gegen Fürth, klar, ist nur ein Testspiel, aber auch Fürth, musst du trotzdem erstmal 6.1 schlagen, war über 120 Minuten, also, zweimal 60 dann glaube ich, ähm, zweimal führig, Mio, Leveling, Milosevic auch, Doppelpack gemacht, für die 6 Hütten eben, ähm, Stenzel ist da aufgefallen, hat glaube ich auch ein, zwei geile Pässe gespielt, also der Mann, ähm, ja, ich sag mal, wenn Wagnermann auf dem Level ist, das er in München gezeigt hat, was nicht gut war, ohne auch da wieder irgendwie noch in der Vergangenheit drauf rumhacken zu wollen, aber auch gegen Augsburg war der schon sehr ordentlich, Stenzel, deswegen, der auch ein Mann, glaube ich, der zu beobachten bleibt, im Sinne von richtig, richtiger Konkurrenzkampf, und richtige Option Startelf, ähm, gerade auch ein paar Tore vom VfB, war noch einfach geil rausgespielt, ne, hier ist ein Clip, zum 1-0 war es, glaube ich, ähm, das 4-0 war auch geil rausgespielt, äh, habe ich noch so im Kopf, ähm, also, Hoeneßball ist am Kochen, ne, wie gesagt, das ist nur Testspiel, aber Hoeneßball ist so dermaßen am Kochen, das ist unglaublich, selbst im Testspiel, das macht so Spaß, und auch da wieder, hab's ja mehr oder weniger angefangen damit am Anfang, in dem Bereich vor, vor Winterpause, mit seinem guten Zitat, oder guter Meinung nach dem Spiel, gute Stimme zum Spiel, äh, nach München, und auch nach dem Testspiel, einfach ruhig, gelassen, das ganze Ding gut eingeordnet, jetzt ist Zufriedenheit fehl am Platz, man kann sich innere Stärke aber rausnehmen, und sowas, der Mann ist einfach da, ne, er findet einfach die richtigen Worte, das wird auch bei der Mannschaft nicht anders aussehen, die Mannschaft hat extrem Bock drauf, die Mannschaft hat's auch extrem gefreut, wohl, dass die ganzen Leute beim Training waren, die ganzen Fans beim Training waren, glaube ich ja, wird überhaupt kein Abfall da sein, kein überheblich, kein, ach geil, sind wir Dritter, und ach cool, fahren wir nach Gladbach, und ja, jetzt läuft's ja so gut, jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen Schritte zurück machen, in dem Sinne, Klassenerhalt ist doch schon geschafft, ne, so, so Sachen halt, ne, die hat auch keinen VfB-Fan im Kopf, ne, aber so Sachen, die vielleicht anfallen könnten, in irgendwelchen, ja, Situationen, das sehe ich überhaupt nicht, die sind alle, die ruhen alle in sich selbst, die haben alle einen Vorfall, die haben alle Bock auf Kicken, ne, geht's raus und spielt's Fußball, die haben einfach Bock, 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 und wir Fans ja auch, deswegen können wir da auch einfach gerade einfach alle zusammen weiter auf Wolke 7 schweben, wie auch immer, das nächste Thema, Gerasi, Team of the Year, ich weiß gar nicht, ob man da noch abstimmen kann, ich glaube, heute ist der letzte Tag, wo man abstimmen kann, weiß ich gerade gar nicht auswendig, aber auf jeden Fall ist der Mann einfach nominiert, ne, es gibt ja in FIFA oder in EAFC, ein Team of the Year, und da ist Gerasi einer von natürlich sehr, sehr vielen, ne, stehen viele zur Auswahl, wird gewählt, dann ist das Ding, ich glaube, nächste Woche Freitag dann offiziell das Team, natürlich kommt der Gerasi nicht rein, ne, ist auch klar, aber wir können einfach einen VfB-Spieler, natürlich auch schon getan, auch viele schon getan, wir können einfach einen VfB-Spieler ins Team of the Year, ins Team des Jahres wählen, in die Elf des Jahres wählen, das ist so eine Simulation, klar, ist nur ein Spiel, nur eine Fußball-Simulation, um in dem Wort laut zu bleiben, aber dass wir einfach einen Gerasi da vorne reinpacken können, in einer Auswahl, mit einem, keine Ahnung was, einem Ronaldo, Messi, Ossiman und ja, keine Ahnung, Kane, alles da vorne drin, ist der da mit zur Auswahl steht, ist absolut vorgewillt, und falls er es noch kann, gerne für ihn abstimmen, wird am Ende nichts helfen, der kommt da nicht rein, aber vielleicht lässt sich ja irgendwie rausfinden, wie viel Stimme er bekommen hat, auch das glaube ich leider nicht, aber wäre geil zu wissen, und einfach, einfach, einfach für den Spaß, wählt Gerasi ins Team of the Year, und dann noch haben wir hier VfB U21 in Ansbach, bin ich mal sehr gespannt drauf, kam ein bisschen random, habe irgendwo gesehen, dass der VfB seinen Plan rausgehauen hat, welche Testspiele sie machen, der VfB U21 ist noch ein bisschen länger Pause, bei den Regionalligisten, und die zocken einfach in Ansbach, da studiere ich ja, und die zocken einfach in Ansbach, 18.2. ist ein Testspiel in Ansbach, im Xaver Bertsch Sportpark, mal gucken, ob die da Tickets für verkaufen, bin ich mal gespannt drauf, habe ich noch nichts rausgefunden zu, aber das wäre schon witzig, das würde ich mir dann vielleicht echt sogar anschauen, also VfB U21 zockt hier einfach vor Ort bei mir, in Ansbach, einfach auch schön, und zum Schluss von diesem Unterpunkt, die MHP Arena Stuttgart, da gab es noch einen kleinen Artikel von der Bild, dass das wohl ein bisschen später fertig wird, als geplant, also im Sinne von diese Mitte von der Haupttribüne, weil eigentlich sollte gegen Leipzig das Ding quasi offiziell eröffnet werden, dass die Haupttribüne fertig ist und so, wir haben ja auch die Sitze schon gesehen, das erste Mal gegen Augsburg, dass das schon grundsätzlich wieder fertig ist, aber mittlerweile wird, ja, das für die Partie gegen Köln am 24. Februar, wird jetzt angepeilt, dass da das Ding offiziell eröffnet wird, oder ja, die Umbauarbeiten da offiziell fertig sind, wie auch immer, und, ja, 8. März ist ja auch nochmal ein Thema, gegen Union, Freitagabend ist auch nochmal die nächste Option, ich sag mal, ist am Ende des Tages auch, in Anführungszeichen, egal wann genau, weil wir dafür noch früh genug fertig sein, dafür dann, dass, ja, das Ding ja im Endeffekt hauptsächlich auch deswegen umgebaut wird für die EM, und die finden ja im Sommer statt, unter anderem auch das Spiel gegen Ungarn von Deutschland, 19. Juni, 18 Uhr, schon terminiert, schon angesetzt, das in Stuttgart stattfinden wird, und ob es jetzt, keine Ahnung, Februar, März oder so offiziell fertig wird, ist mir, sag ich mal, egal, kann natürlich VfB wichtiger sein, dann wegen mehr Einnahmen und hier und da, und, ne, dass man im Zeitplan bleibt, in dem man ja eh schon nicht ganz ist, auch, kostet wohl auch schon 20 Millionen Euro mehr, ähm, als geplant war, der ganze Umbau, aber dann ist das Ding hoffentlich auch bald dann offiziell abgeschlossen, wieder volles, rundes Stadion, 60.000, das ist auch schon immer sehr, sehr geil, auch von der Optik allein schon einfach, mit einem riesen Unterschied, und auch einfach, ja, einfach auch viel schöner so, ne, nur so ein kleiner Part vom Stadionerlebnis, aber es wird dann wieder unfassbar geil aussehen. Dann kommen wir jetzt zur Gerüchteküche, längerer Part, und auch da, schon ganz am Anfang angesprochen, ähm, sind natürlich einige Namen auch dabei, die jetzt vielleicht nie, großartig interessant werden für uns, ne, aber einfach zur Vollständigkeit, auch sollte man es vielleicht nennen können, zur Vollständigkeit, hier als Überbegriff, sag ich mal, ähm, das erste ist so generell Transferfenster, ähm, was auch hier, ja, am, am Rande von den, vom, vom Training und sowas immer, ja, gefragt wurde, äh, an Wohlgemut auch, ähm, Miljosevic wird bleiben, äh, in der Rückrunde und nicht verliehen, bei ihm sieht man eine Entwicklung, hat er auch schon zweimal getroffen im Testspiel, ähm, Ulrich wird die Rückrundenvorbereitung bei den Profis mitmachen, und soll dann wieder Spielpraxis bei U21 sammeln, ähm, und Castanaras, da haben wir natürlich gleich noch was dazu, soll ausgeliehen werden, ähm, ne, Thema Dritte Liga, und das ist ja auch schon abgeschlossen, kommen wir auch dann nachher noch dazu, ähm, ähm, ja, ja, Verpflichtungen im Januar, es seien quasi ausgeschlossen, außer ein Gerasieabgang oder irgendein Abgang passiert eben, auch da kann ich trotzdem sagen, klar, ist, äh, natürlich auch ein bisschen Verhandlungstaktik, aber auch da realistisch gesehen, auf den Kabel geschaut, werden wir logischerweise jetzt keine riesen Moves machen, keine, keine großen Sachen machen, weil der Kader passt, der Kader steht, es läuft, Kohle ist auch nicht da, außer eben irgendwas Großes passiert in Sachen Abgängen, deswegen, ähm, hier, äh, ein bisschen interessanter auf jeden Fall, dass Wohlgemuth auch gesagt hat, dass man eventuell einen Transfer als Vorgriff für den Sommer tätigen will, das ist wahrscheinlich eher noch, als dass hier irgendwas Großes passiert, äh, in Sachen Winter, ähm, Gehälter ist auch ein Thema, da kam dann irgendwann vor kurzem mal irgendwie, hier, Capology heißt das Ding, ähm, wo ganz viele auf einmal, ja, Gehälter und sowas, anscheinend geleakt worden sind, ähm, natürlich die Frage, ob das stimmt überhaupt, ne, wieder irgend so ein Leak, aber von sehr, sehr vielen Klubs, ähm, Topverdiener bei uns, Nübel 5 Millionen, das wird aber nicht stimmen, weil es wohl noch das Bayern-Gehalt ist halt, und da zahlen wir ja, glaube ich, die Hälfte oder sowas, ähm, Axel, äh, dann Sackl, dann, Junge, dann Axel Zagadou, so, auch schon lange in der Aufnahme drin, ähm, sind 2,8 Millionen pro Jahr scheinbar, Hirokides, Ito 2,5, Gerasi 2,16, krass wäre, wenn das stimmt, Taraguchi 1,5, das ist immer schon in Top 5, ist Taraguchi einfach, krass in Vertrag bekommen Winter scheinbar, unter Labbadia noch, ähm, Stiller 1,3, Unterf 1,2, Silas 1,1, Redlo 1,1, Leveling 1, eine Million, Mädels sind eine Million, Wagelmann knapp drunter, äh, Jong 800.000, Chidias ist egal, äh, Anton 750.000, also Chidias wären 760.000, ähm, Stenze 710, Nathai 620, Karas 470, Jovan Milosevic 400, Führig 380.000, das wäre schon, im Vergleich zu den anderen, wenig, da ist, da ist logischerweise nichts davon, wenig, ne, aber im Vergleich zu den anderen ist das, wenig, ähm, aber da soll es ja wohl auch bald eine Verlängerung geben, Anton genau das gleiche, 750.000, ist eigentlich auch für Kapitän und sowas, könnte auch noch ein bisschen was nach oben gehen, ähm, Kastanaris 330.000, da auch wild, Mio 300.000, im Jahr steht da noch, ähm, auch da, ne, das ist schon das Erste, was dann auch, wo wir auch später noch dazukommen, äh, Verlängerung, der wird sicher deutlich mehr verdienen mittlerweile, 300.000, äh, Stergio 190.000, Massimo 190.000, Eklof 120, Simon 120, Schock 120, und Roux 120, ähm, da ist ja die Frage, ist das sein Frankreich-Gehalt, oder zahlen wir da auch nur die Hälfte oder sowas, weil es ja auch offiziell geliehen ist, ja bei Stergio auch, ähm, ähm, aber das sind so die Gehälter pro Jahr, äh, die es wohl geben soll bei uns, laut Capology, ne, gibt es auch bestimmt genug Sagen, die sagen, dass es das Quatsch ist, gibt es bestimmt genug, die sagen, ja, kann schon was dran sein, ähm, das ja auch einmal zur Vollständigkeit, ähm, auch Sky hat sich dazu mal, äh, in dem Sinne was gebracht, natürlich nicht zur Capology, aber zur Gehaltspyramide, ähm, und da unten 0,5 Millionen bis 1,5 Millionen pro Jahr, nennt sie eben so Spieler wie Mittelstadt, Stenzel, Preetlo, Leveling, Stergiu, ähm, Karasor, Stiller, Mio, Silas, Führig und Undaf sind im Bereich von 1,5 bis 2 Millionen, und, äh, rund 2,5 Millionen sind so bei Gerasi, Nübel, Anton, Zagadou, Ito, ähm, deswegen, ja, das Anton-Ding ist dann schon mal eine ganz andere Geschichte, wie bei Capology zum Beispiel, ähm, also, na, aus solchen Themen immer schwierig, wie gesagt, Thema hier zur Vollständigkeit, damit ich es genannt habe, ähm, aber da ist immer schwierig, ja, das zu bewerten oder ernst zu nehmen, im weitesten Sinne solche Geschichten, aber natürlich trotzdem immer interessant auch für uns Fans, hier sowas mal anzugucken, ähm, so dass wenn da überhaupt gar nichts dran ist, ne, wollen wir uns auch nicht vorzumachen, wir schauen ja gerne so Sachen an, so, ähm, was auch Vogelwild war, der ist mittlerweile auch schon bei Dortmund, ähm, dass tatsächlich, ähm, ja, wir wurden hier genannt, äh, bei Dortmund, ähm, und Leverkusen und Leipzig und eben uns, äh, beim Thema Sancho, wir wurden da irgendwann mal mit reingeworfen, 20. Dezember wurden wir mit reingeworfen in das Thema Jadon Sancho, ähm, und das wir wohl auch Interesse hätten, ah, Bruder, in welcher Scheißwelt, in welcher Welt, klar, das, das Paket, das jetzt aktuell bei Sancho ist, soll wohl nicht so viel sein, ne, irgendwie 4 Millionen insgesamt, klar, auch nicht wenig Geld für ein halbes Jahr, aber Gehalt und sowas dann auch sehr runtergedrosselt, oder wahrscheinlich sehr, sehr viel bei Man United, äh, was das Gehalt angeht, dass die noch übernehmen, sonst wäre es auch bei uns wahrscheinlich nicht möglich gewesen, aber ey, von dem Gehalt und so Geschichten, also, ein Sancho zu leihen, selbst zu leihen, ist ja eine ganz, ganz andere Welt, dass wir da mit reingeworfen wurden, ist ja der absolute Vollwahnsinn, ähm, weiß gar nicht, was hier die Quelle war, hier 90, 90 Minuten, 90, 90 Minutes.com, wie auch immer, ähm, äh, Vogelwild wollte ich mit reinbringen, weil eben auch teilweise Gerüchte komplett ausarten, wie hier bei Sancho, der es eben auch schon bei Dortmund ist, Silas, dasselbe wurde auch schon dementiert, äh, dass er Gerüchte gab zu Galatasaray Istanbul, die haben sogar geschrieben, dass er sich in fortgeschrittenen Gesprächen befinden sollte, wurde von Sky dementiert, ähm, dass das Quatsch ist, ähm, Junia Ito wurde auch mal reingeschmissen, ähm, Japaner bei, äh, Startrem, ähm, also Startrem, gibt ja auch noch Startren, ähm, ja, den kennt man auch noch, oder sagt mir zumindest noch was, ähm, namentlich, äh, für 10 Millionen gewechselt, 2022 von Genk zu Rem, aktuell auch 10 Millionen Marktwert, auch wieder einer, ein, ein Gerücht und danach nie wieder, aber eben zur Vollständigkeit, Erik Smith, äh, wurde genannt von der Bild, deswegen kann man da vielleicht noch ein bisschen konkreter werden, was eben auch eine deutsche Quelle war und sowas, Stuttgart hatte ihn wohl auf dem Zettel, ähm, aber er scheint zu teuer für uns, ähm, das ist ein, äh, ja, Sechser, Innenverteidiger, dieses Mittelfeld, die, die, die Abteilung ist der Mann, wo wir ja durchaus auch was bräuchten, so wenn wir am ehesten irgendwo richtig Backup bräuchten, dann eben auf der Stiller Karasur Position, ähm, aber die haben wohl 6 Millionen gefordert, circa im Winter, zu viel, äh, für uns, ähm, ähm, Damian Pizarro wurde auch genannt, noch viel mehr bei Bremen, aber eben auch, unser Name ist mitgefallen, ähm, bei dem, äh, Chilen, Chilen, ich hoffe, man spricht Chilene aus, oder? Da sagt man wirklich Chilene, da würde ich ja ausflippen bei der, bei der, bei der Betonung, also wie, wie, wie keine Ahnung, was haben wir noch, China, China und sowas, ne, und eine ganz, ganz große Debatte, ähm, Kolo Kolo spielt da, 5 Millionen ist er wert, laut Transfermarkt.de, 18 Jahre alt, Mittelstürmer, so wie gesagt, da war Bremen noch mehr ein Thema, ist hier auch Gladbach in den Gerüchten, ähm, aber, ja, sehe ich auch nicht, und warum sollte man jetzt auf einmal hier irgendwie einen Stürmer holen, das wäre vielleicht auch eher, wieder ein Vorgriff für den Sommer oder so, aber wie gesagt, auch da kam jetzt nichts weiterführendes zu dem Gerücht. Dann einer, den wir schon öfter hatten, der schon öfter angesprochen wurde, nämlich Botes Ioannidis, ähm, ja, der, der Grieche, ähm, gab es eben auch ein Gerücht aus Griechenland, ähm, der aktuell noch bei Panathia, Antinaikos, ähm, 9 Millionen Mark wert, Stürmer, das war einer beim Thema Gerasi-Ersatz, auch perspektivisch, Gerasi-Ersatz, die haben geschrieben, dass wir wohl ein Angebot abgegeben hätten, mit, äh, über 15 Millionen, ah, come on, also in welcher Welt, also solange uns ein Gerasi nicht verlässt, von dem ich weiterhin auch nicht ausgehe, und da haben wir auch später noch ein bisschen was zu Gerasi natürlich, ähm, sehe ich das nicht, das ist vielleicht wieder einer für den Sommer von mir aus, wenn dann im Sommer vielleicht ein Gerasi wechselt, aber im Winter zahlen wir keine 15 Millionen, Oskar Zambrano ist der nächste hier auf der Liste, ähm, da hat sogar Fabrizio Romano uns da mit reingeworfen, das Rennen mit Freiburg auch, ähm, ähm, der, ja, soll auch schon ein Angebot eingeflattert sein, von einem der beiden Bundesligisten, über 6,4 Millionen Euro, also auch schon ordentlich Kohle für ein, äh, Wintertransferfenster, defizites Mittelfeld, 3 Millionen Mark, Quartner hat der Mann, 19 Jahre alt, spielt, äh, eben, äh, auch in Ecuador, auch seine Nationalität Ecuador, ähm, ja, also, glaube ich nicht dran, dass wir, wenn wir für den Smith keine 6 zahlen wollen an San Pauli, dass wir dann der Klub sind, der für den 6,4, äh, ja, bezahlt oder angeboten haben soll, dasselbe Bild aber auch bei Freiburg, ich glaube dem Gerücht nicht wirklich, dass wirklich auch, dass da Freiburg oder wir 6,4 Millionen, äh, angeboten haben sollen, ähm, äh, das hat, äh, sein Berater wohl gesagt, deswegen auch da keine großartig weiterführenden Gerüchte, ist ein bisschen aktueller, 11. Januar, aber zu dem bisher auch nichts weiterführendes, Cesar Perez ist der Nächste, ähm, der, ja, bei uns mit reingeworfen wurde, ins Große zur Vollständigkeit Name-Dropping, das ich hier gerade betreibe, ähm, soll wohl auch Freiburg, äh, interessiert sein, wieder mal, äh, auch Cagliari, 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 ähm, der nächste, äh, Chilene, Chilene, der auch dort genau zockt, in der Liga, 21 Jahre alt, nur Vertrag, äh, was heißt nur Vertrag, Dakar Pesom, aber die haben wir auch wieder da, wie Argentinien auch, und sowas, und Mexiko, wieder ein anderes Ligensystem, da ist der Vertrag bis Ende 2024, aber so gesehen noch ein Jahr Vertrag, auch der, Mittelfeld Allrounder, zentral, defensiv, offensiv, ähm, zwei Millionen Marktwert hat der Mann, da soll mir wohl auch interessiert sein, ähm, ja, Interesse soll auch konkret sein, von allen Vereinen, also das war auch vom 11. Januar, mal, mal abwarten, ob da noch irgendwas, ja, noch, noch genauer wird, ähm, Lloyd Kelly, auch sehr interessant, weil es vielleicht noch ein bisschen bekannterer ist, auch einer mit einem höheren Marktwert, und so Geschichten, eben auch mit einem größeren, ja, Blickfeld, oder Schaufenster auf ihm, Bornmüff zockt der Mann, Vertrag läuft im Sommer aus, ähm, und da sollen wir wohl interessiert sein, ähm, ähm, neben Juventus, AC Mailand und auch Tottenham, also, ordentlich Konkurrenz, ähm, Fabrizio Romano hat hier auch nochmal, äh, uns mit reingebracht, äh, eben genau auch hier, Mailand, Juventus, Tottenham, ähm, da geht es eben um einen Wechsel, äh, Free Agent, also, wenn er eben im Vertrag ausläuft, ihn, äh, im Sommer vielleicht zu holen, das wäre dann eben vielleicht ein Vorgriff, für den Sommer, ähm, aber Konkurrenz ist krass, jetzt kannst du es eh knicken, den im Winter zu holen, oder den jemals Gefühl zu holen, außer du kriegst eben Ablöse frei, weil es 16 Millionen Mark wert, 25 Jahre alt, Innenverteidiger, 1,90, kann auch linker Verteidiger spielen, wäre vielleicht so ein bisschen, ein, Ito, sag ich mal, im weitesten Sinne, ein Ito, von Position her, ähm, ein Ito, äh, Ersatz dann schon mal einen Vorgriff für den Sommer, falls der irgendwann geht, hat er da auch eine Ausschiebsklausel, die, glaube ich, ja auch, zumindest angenehm hoch ist, oder vertretbar hoch ist bei Ito, aber irgendwann kannst du es schon irgendwann mal ziehen, wenn der so weiter zockt, jetzt gerade verletzt und Asien-Meisterschaft, aber Ito, müssen wir auch nichts vormachen, ist schon auf Dauer, vielleicht auch ein Kandidat, für was Größeres, in Anführungszeichen, ähm, deswegen, das wäre sehr interessant, das wäre ein krasser Move, 16 Millionen wert, kennt man so, zumindest vom Namen her, auch so halb mal aus England, ist zumindest was anderes, muss qualitativ nichts aussagen, die können alle besser sein, zumindest sagt das einem mehr was, hat ein anderes Feeling, als bei irgendwelchen, zwei Millionen Marktwertgerüchten, aus Ecuador und Chile, ne, ich glaube, er versteht, was ich damit, äh, damit, äh, mein, der nächste, zum Thema Sommer, möglicherweise, oder zumindest in den Gerüchten, ist, äh, Brassier, das soll sich der VfB wohl für den Sommer bereitgestellt haben, genauso wie Porto, sich eben darauf vorbereitet haben, ähm, der Mann spielt bei Start-Brest, ähm, hat aber noch Vertrag bis 2025, also kann er jetzt im Sommer aussehen, obwohl er eben nur ein Jahr Restvertrag hätte, acht Millionen ist der Mann wert, auch der Innenverteidiger, 24 Jahre alt, Franzose, auch der kann links spielen, auch wieder so ein bisschen Ito-Vorgriff mäßig, sag ich mal, oder auch in der Innenverteidigung, ne, kann ja auch dann ein Zagadou-Vorgriff sein, ne, auch das im selben Sinne, der hat auch eine Ausschiedsklausel Zagadou, ähm, da auch natürlich ein interessanter Mann, acht Millionen ist auch zumindest mal ein Marktwert, wo man rein von der Ablösse so ein bisschen realistischer drauf gucken kann, als 16 Millionen, plus eben auch noch Premier League, ne, das hier ist französische Erste Liga, ähm, klären auf jeden Fall auch nach einem interessanten Mann, und, äh, auch wieder das Thema Vorgriff auf den Sommer, vielleicht passiert da noch irgendwas, 7. Januar war der Stand von dem, äh, Gerücht hier, deswegen auch das einfach zur Beobachtung, sehr interessant ist das, was jetzt kommt, war an irgendeinem Rande von irgendeinem Spiel, äh, wo er wieder am Start war von The Zone aus, nämlich Sami Khedira, ähm, hier genau, bei Leverkusen gegen Frankfurt war es nämlich am Rande von dem Spiel, ist er da auch wieder The Zone-Experte, und war ja VfB-Berater, ähm, keiner weiß, was er genau gemacht hat, aber er war eben mal da, ähm, und der hat wohl gesagt, ja, es gab einen Anruf, und wir haben da sehr offen drüber gesprochen, aber bei Leverkusen war zwei, drei Tage schneller als wir, die hätte ihn sehr gerne in Stuttgart gesehen, und da geht's um Xabi Alonso, wir waren wohl wirklich interessiert daran, Xabi Alonso zu holen, ähm, das war dann wohl in der Phase, wo wir uns dann danach für, äh, Labbadia entschieden haben, wenn ich es richtig im Kopf hab, zeitlich, ähm, auf jeden Fall sehr interessant, weil dann kam ja Alonso eben zu Leverkusen, und bei uns dann eben Hönis, ich glaube, beide Seiten können damit sehr, sehr zufrieden sein mit ihren Trennen aktuell, ähm, ähm, aber auf jeden Fall interessant, dass wir da den Vorstoß, äh, auch versucht haben, auch gewagt haben, und Leverkusen eben schneller war, ähm, das Kaliber angefragt haben, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, da sind wir sehr happy drüber, wir mit Hönis, die mit Alonso, beides Überraschungsteams, äh, der Saison, wir glaube ich, in dem Verhältnis nochmal als größere Überraschungsteam, weil Leverkusen ja schon auch einen gewissen Kader hat, auch einen gewissen Transfersommer hat, und sowas, ne, also von der Erwartungshaltung, klar, Meisterschaft und so noch was anderes, ähm, aber ich glaube, wir sind vor dem Ding trotzdem noch klar, die Überraschungsmannschaft schlechthin in der Liga, aber auf jeden Fall sehr interessant, dass wir da wohl auch interessiert waren, kommen wir, bevor ich wieder noch zu Gerasi einzeln komme, zu seinen Themen, ähm, zu Gerasi Ersatzgerüchten, weil wie gesagt, ich bleibe dabei, im Winter passiert da erstmal nichts, glaube ich nicht dran, aber vielleicht eben welche auch für den Sommer, die wir uns auch schon mal vormerken können, oder, Thema Wohlgemut, vielleicht auch schon wieder in irgendeiner Richtung, schon vor Griffe sein können, und da sind mal im Dezember rum, vor allem die Namen Simon Banzer und Antonio Sanabria, ähm, ja, durch, durch die Welt geflogen, ähm, Simon Banzer ist Braga, ist Portugal, also ist aus dem Kongo, aber spielt in Portugal Fußball, so rum, ähm, 12 Millionen Mark wert, 15 Spiele, 14 Tore, drei Vorlagen, liest sich sehr, sehr stark in Portugal, das Ding, ähm, Vertrag bis 2,27, also da ist noch ordentlich pur vor, da gibt es nichts irgendwie, wo man eine Summe irgendwie ein bisschen runterspielen könnte, weil nur noch ein Jahr Restvertrag oder so, das ist hier überhaupt nicht drin, ähm, und Sanabria, äh, spielt beim FC Turin, 9,5 Millionen Mark wert, aktuell 27 Jahre alt, also der gute, das bin ich noch schuldig, der gute, ähm, Banzer ist auch 27, Sanabria, Paraguay, spielt eben jetzt bei FC Turin Serie A, 16 Spiele, drei Tore, liest sich nicht so ganz geil, oder nicht, im Vergleich, im Vergleich nicht so geil, wie die vielen Tore und Vorlagen, äh, in quasi gleich vielen Spielen, bei Banzer, soll auch nicht der Nummer 1 Kandidat sein, äh, sondern eher Banzer, ähm, scheinbar gab es schon Gespräche, laut, äh, Plettenberg, laut Sky, damit, ähm, 8 bis 10 Millionen, ist wohl das, der Preisbereich, um den es da geht, ähm, aber auch hier wieder, ist ein heißer Kandidat, sollte Gerasi den Klub verlassen im Winter, von was ich ja nicht ausgehe, ähm, und, ähm, genau, mal gucken, ob der dann im Sommer nochmal, vielleicht nochmal auftaucht, klar, auch da muss ein Gerasi nicht wechseln, ne, also nicht falsch stehen, wenn ich es immer wieder so anspreche, aber es kann halt sein, ähm, deswegen, vielleicht ist der auch für den Sommer nochmal ein Kandidat, den wir uns im Kopf behalten können, wenn eben schon mal zumindest, zumindest Interesse, äh, äh, bekundet wurde quasi, und dann haben sie nochmal den Namen auf der Short, das stehen auch für den nächsten Sommer, ähm, ähm, Yvon Gesson von, ähm, Nizza ist auch nochmal einer, der genannt wurde, 5 Millionen Mark wert, 22 Jahre alt, ähm, 17 Spiele, zwei Tore, eine Vorlage, auch nicht so der Wahnsinn, aber auch noch jünger, 22, ähm, französische Liga eben, Elfenbeinküste, Nationalität, auch der wurde angesprochen als ein Gerücht, ähm, ähm, aber, ja, da sollen wohl, da sollen wohl eher andere Klubs, äh, dran sein, ähm, als wir, wie wir, ähm, ich glaube, das Interessanteste, was wir uns echt daraus ziehen können, daraus merken können, ist wahrscheinlich echt der gute Banzer, äh, für den Sommer. Und zum Schluss von dem Kapitel noch A.O. Tanaka, an dem waren wir auch schon mal dran, ähm, Spiel bei Düsseldorf, 2,5 Millionen Mark wert, aktuell 25 Jahre alt, Japaner, ähm, ja, so ein bisschen Endo-Haraguchi-Position, zentrales Mittelfeld, ähm, kann auch offensiv, kann auch defensiv, ne, so Allrounder da, und eben einer fürs Thema Backup. Auch Gladbach soll da, äh, schon interessiert, äh, sein oder dran gewesen sein, mal zumindest, wir ja auch, ich glaube, im Sommer gab es schon Gerüchte zu, äh, Tanaka, ich glaube, noch bevor ein Stiller kam und sowas, ne, auf jeden Fall ein interessanter Name, ähm, da klang es auch irgendwann mal deutlich, äh, konkreter, als es jetzt mittlerweile ist, aber da klang es mal sehr konkret fast, ähm, die wollen wohl, 3,5 Millionen haben, oder für, für, für Tanaka, hat wohl auch eine Ausstiegsklausel von 5 Millionen, aber ihnen genügen wohl 3,5, äh, den Düsseldorfern, ähm, ging eben auch schon konkret um einen Winter, äh, Wintertransfer, äh, Wintertransferfensterwechsel, hier, mein VfB, SCN, er hat gesagt, nee, im Winter spielt er aktuell keine Überlegungen, das war am 19. Dezember, ähm, aber so wie es sich aktuell entwickelt hat, kam auch nichts weiteres Neues zu ihm, ne, das letzte ist hier vom 3. Januar, auch nochmal von Blättenberg, von Sky, ähm, dass sie, dass wir ihn wohl, zweieinhalb, 3 Millionen insgesamt, also alles, Bonuszahlungen inklusive und sowas, äh, ihn da etwas sehen, bei der Ablösesumme, ähm, und, äh, ja, Düsseldorf aber ein bisschen mehr sieht, und dass man, ähm, ja, Gießen nicht aktiv wird, aber ihn auf jeden Fall im Kopf behält, auf jeden Fall für das Zentrum im Kopf behält, für den Sommer im Kopf behält, ähm, und eben auch so ein bisschen nebenher, auch deswegen, weil Haraguchi aktuell keiner ist, dem er abgeben will, gab, ich glaube auch die, äh, irgendwann ein Zitat von, von, von Wohlgemut, ähm, dass, dass man den halten will erstmal und so, und da läuft ja sein Vertrag im Sommer aus, ich denke mal, bei Haraguchi wird jetzt im Winter auch nichts mehr passieren, wird wahrscheinlich den Vertrag auslaufen lassen im Sommer, und dann gehst du vielleicht nochmal auf Tanaka, äh, als Backup, oder, ja, auf jeden Fall mal fürs Mittelfeld, für die Breite auf jeden Fall, ähm, und bleibt ein interessanter Mann, mal gucken, ob wir uns da eigentlich zu lange Zeit lassen, ob da noch irgendwer anders schon früher zuschlägt, aber Tanaka können wir uns, glaube ich, ähm, auf jeden Fall merken für die Zukunft, ich bin ja auch nicht so tief drin, als dass ich da jetzt den krass irgendwie, keine Ahnung, krass bewerten könnte oder so, also was man liest, was man für Meinungen liest zu ihm, Einschätzungen, Stats und so weiter, wäre das ein sehr, sehr guter Transfer für uns, nach dem Part mit Gerüchteküche und zur Vollständigkeit quasi, kommen wir jetzt zu ein bisschen interessanteren Gerichten, würde ich sagen, weil sie auch näher am Verein sind, unsere Spieler auch betreffen, so Geschichten, ähm, Krimovic-Abgang ist nämlich auch endlich mal was Offizielles, ähm, ist zu Atleti de San Luis gewechselt, Atletico de San Luis, da wo er auch ausgeliehen war, hin nach Mexiko, ähm, ähm, ja, Laie dann eben damit durch und jetzt fester Transfer, 750.000 Euro bekommen wir für ihn, äh, wohl rund, ähm, passt, ja, war immer eigentlich gar nicht so der schlechte Spieler, hat immer Ansätze gezeigt, man hat eigentlich auch Bock auf ihn, aber das hat nie so ganz funktioniert, ne, die Laie zu Bielefeld nicht so wirklich funktioniert, jetzt die Laie nach Mexiko wohl ein bisschen besser, kann es auch nicht einschätzen, wie krass der da jetzt ist in Mexiko, 16 Spiele ein Tor in der Liga zum Beispiel jetzt, äh, was ich da jetzt gesehen habe, ähm, Liga jetzt auch erst wieder angefangen, mit dem ersten Spieltag, äh, bei denen, äh, in der, in der, in der Saison dann 23, 24, ähm, zwei Millionen Marktwert hat er aktuell, ähm, 23 Jahre alt, immer noch jung von dem Grund auf her, aber bei uns nie, der hätte nie im Leben eine große Zukunft gehabt, deswegen passt das Ganze, glaube ich, ähm, Ulm, äh, Ulm, perfekt, Kastanaras zu Ulm, so rum, ähm, vorhin angesprochen, es soll zum Drittligisten ausgeliehen werden, hat Fulgenmuth damals im Training gesagt, jetzt ist es schon offiziell, auch schon länger offiziell, nämlich zu, wie gesagt, SSV Ulm, Laie bis, äh, Saisonende, Drittligist, ist ja auch erst, erst aufgestiegen aus der, durchaus auch wirklich starken, wo der VfB auch jetzt mit drin ist, äh, Regionalliga Südwest am Hoch, und jetzt spielen sie ja auch gerade wirklich auch oben mit dabei, ne, sind wirklich oben tabellarisch mit dabei in der Dritten Liga, also auch ein guter Drittligist, vielleicht können sie wirklich sogar schon ganz krass den, kompletten Durchmarsch machen, ne, dritter Platz, aktuell ist ja vollkommen krass, von der Vierten die Zweite Liga hoch, ähm, und da muss man sagen, hat ordentlich, äh, ordentlich Konkurrenz vorne, also ich sehe hier einige, einige Stürmer, und, äh, rechts außen und links außen mit denen im Kader hier bei Transfermarkt.de, aber natürlich eher deutlich der höchste Marktwert, 700.000, da kommt keiner ran im Sturm, und da muss man ja auch so hart sagen, Castanaras, geiler Typ, das kommt aus der Jugend bei uns schon Ewigkeiten da, ja, ich glaube, er war das mal der U12 sogar, ähm, aber wenn du vom Niveau her, 21 Jahre alt ist, er jetzt mittlerweile auch schon ein paar Einsätze bekommen, ne, trifft dann wieder ein Tetspiel, trifft die U21, aber wenn du vom Niveau her irgendwann mal Bundesliga sein willst, sich bei uns richtig durchsetzen willst, dann sollte er auch in der Dritten Liga was zeigen, sag ich mal, ne, ich glaube, verstehe, was ich meine, wenn du auf Dauer beim VfB dich durchsetzen willst, oder irgendwo Erste Liga, Zweite Liga, in dem Dunstkreis da irgendwie am Start sein willst, dann wäre es schon geil, wenn du dich dann auch dementsprechend bei einem Drittligisten durchsetzt, der eben gerade auch erst aus der Vierten Liga aufgestiegen ist, deswegen bin ich gespannt drauf, schöne Laie, Ulm freut sich sehr auf ihn, wir freuen uns sehr über die Laie zu Ulm scheinbar, also aus den Statements, so von den Vereinsoffiziellen, ähm, deswegen freuen wir uns auch drauf, würde ich einfach mal sagen, mal gucken, was die Rückrunde bringt bei ihm, wo wir uns nicht so ganz drüber freuen, glaube ich, ist, äh, das Thema Dennis Undaff, das kam auch im Dezember irgendwann durch, dass der Mann wohl eine doch deutlich höhere, äh, Kaufoption hat, ähm, als die 12 Millionen, das war ja immer so ein bisschen das, was durchkam, 12 Millionen, und die soll wohl nicht bei 12, sondern bei 18 Millionen, 6 Millionen höher sein im Sommer, das hat die Bild hier zum Beispiel unter anderem, äh, rausgehauen, auch Sport 1 war mit dabei, spannende Details enthüllt zu Undaff, die sagen sogar, dass die fixe Ablösesumme bei über 20 Millionen Euro liegt im Sommer, das ist schon ein ordentlicher Unterschied zu 12 Millionen oder so, die, glaube ich, der Kicker und sowas berichtet haben, ähm, da am Anfang quasi als offiziell wurde, dass er zu uns ausgeliehen wird, ähm, das soll wohl auch sogar noch steigen, ähm, soll quasi auch davon abhängig nochmal steigen, wenn wir europäisch spielen, das wurde auch ein bisschen berichtet von ein paar Quellen, und das schon ordentlich, also 12 Millionen, hättest du ja gesagt, boah, nice, machen wir, oder musst du eigentlich machen, 12 Millionen für Undaff, steht ja auch aktuell bei einem Marktwert, von 17 Millionen, auch den nochmal gesteigert gehabt, 27 Jahre alt, brutal wichtig für uns, einen neuen Tore, drei Vorlagen in 13 Spielen, brauchen wir gar nicht drüber reden, dass wir ihn super gerne halten würden, glaube ich alle, auch da wieder Thema, falls in Gerasi im Sommer geht oder sowas, den dann schon mal zu haben, wäre auch schon immer geil, ähm, aber ist schon noch happig, ne, wenn es wirklich in die Richtung von 20 Millionen geht im Sommer, hu, also, was war unser Top-Transfer aller Zeiten, das waren irgendwie 11 bei Kabak, ich glaube, offiziell sind es noch ein bisschen mehr, irgendwie 11, irgendwas bei González dann, weil der ja noch quasi dann draufgerechnet wird, seine Weiterverkaufsklausel damals, nach dem Wechsel zu Florenz, aber ist ja kein richtiger Transfersumme gewesen, so, ich glaube, die war offiziell bei 8 oder so bei González, und eben dann noch die Boni obendrauf, also der richtig fixe, auf einen Schlag Transfer, waren 11 Millionen, glaube ich, für Kabak, hier reden wir von 20, also, das wäre schon, hab ich, das wäre schon ein Statement, wenn man sowas ziehen könnte, weiß ich auch nicht, ob man sowas ziehen kann überhaupt im Sommer, wäre auf jeden Fall sehr, sehr schade, wenn wir dadurch unter, ja, wenn der uns dadurch durch die Lappen geht, weil, klar kann man auch sagen, gut, er lässt halt die Laie auslaufen, Kaufanzon auslaufen, und hoffst halt dann irgendwie mit Brighton nochmal, äh, reden zu können, und da vielleicht dann weniger als 20 zu zahlen, aber wenn der die Saison so weiterspielt, auch die Rückserie so weiterspielt, werden genug andere Interesse haben, wird er vielleicht auch Brighton Interesse haben, den Mann weiterhin zu halten, ähm, ja, schwieriges Thema, also mir wären die 12 deutlich lieber, als die 20 oder 18 oder sowas, was da berichtet wurde, mal gucken, was am Ende des Tages da jetzt wirklich offiziell stimmt, ähm, klar, Marktwert 17 Millionen, also das wäre schon auch ein entsprechender Preis, ne, da war natürlich schon ein Schlag zu hören, dass die Summe doch 6 oder 8 Millionen sogar höher ist, ähm, als wir es eigentlich bisher dachten, aber mal abwarten bei unten auf die ganzen Bewegungen, was auf jeden Fall recht klar scheint, und auch ein bisschen hin, bis nächstes Mal wieder dann der Fall sein wird, aber der Mann wird jetzt sehr, sehr sicher, auch Telefonat schon hier mit, äh, Nagelsmann gehabt, sehr, sehr sicher zur Nationalmannschaft reisen, bei der nächsten, ja, äh, ja, Bländerspiepause, ne, Zagadou, auch schon vorhin angesprochen, und das hier nur, äh, mit, mit rein, ähm, Ausstiegsklausel, weil, kann sein, dass es sehr viele eh schon im Kopf hatten, vielleicht hatte ich es auch mal im Kopf, aber habe es so ein bisschen verdrängt, war wohl auch schon im Juli, äh, Juli auch schon mal Thema geworden, dann im Dezember eben nochmal aufgefrischt worden, äh, die Info, ähm, dass er eine 15 Millionen Euro Ausstiegsklausel hat, wie gesagt, war wohl schon länger bekannt, ich hatte es nicht mehr so, so fest, so, so, so ein Blickfeld bei mir, deswegen, mehr oder minder, fast eine neue Info gewesen für mich, äh, und im Sommer soll das wohl möglich sein, also im Winter noch nicht, aber im, ab Sommer, oder im Sommer, ist auch wieder die Frage, ne, Gerasi dachte man auch mal, es wäre nur Sommer, dann kam raus, Winter doch noch, ach so, und nächsten Sommer übrigens auch, deswegen, hier die Info von Blättenberg Sky ist eben, dass er im Sommer für 15 Millionen, für ungefähr 15 Millionen, äh, wechseln kann, kann auch sein, dass er dann nächsten Winter auch wieder wechseln kann für 15, aber wir sagen mal, nur Sommer und wichtig, diesen Winter, dann scheinbar noch nicht gültig, die Ausstiegsklausel, ähm, man hätte, glaube ich, vor längerem Zeit gesagt, ja gut, die zieht ja eh keiner, weil es nicht so krass lief bei Zagadu, aber so wie der aktuell spielt, wie er aktuell reinkommt bei uns mittlerweile, Marktwert 10 Millionen, ne, weil er weiter ein Stammspieler bleibt, weil er dann so abliefert, auch immer, immer, immer noch nur 24 Jahre alt, sag ich mal, der kam ja saufrüh zu Dortmund, aber vielleicht bin es auch nur ich im Kopf, aber vielleicht manche auch von euch, ähm, wirkt so, als wäre der schon einen Tacken älter, weil er schon so lange dabei ist, aber er ist ja bei Dortmund schon einfach saufrüh da gewesen, das wäre der Grund für das Gefühl, ähm, deswegen gar nicht mal so, so unwahrscheinlich, dass sie vielleicht irgendwer mal zieht dann, 15 Millionen im Sommer, ey, wer weiß, Interesse nachgesagt, auch wohl jetzt schon aktuell, oder vor kurzem mal eben in Gerüchten, ähm, ist, äh, West Ham, der nächste, mal vor ein paar Jahren ist auch schon geholt, jetzt sind sie auch noch an Zagadou interessiert scheinbar, aber dazu gab es auch nichts weiteres, sag ich mal, nichts frischeres, auch aus dem Dezember noch, ähm, ja, einfach mal abwarten, was, äh, mit, mit Zagadou, äh, passiert oder nicht passiert, in dem Winter sowieso kein Wechsel, und ich meine, vielleicht haben wir im Sommer wirklich einfach auch riesen Argumente für uns, weil klar, das ist wieder Thema Geld und Premier League und bla bla bla, aber rein sportlich kann es sein, dass wir im Sommer sagen können, ey, wir haben Europa League oder wir haben irgendwas Europäisches, bleib dir noch ein Jahr da, so, so, was tut dir das Jahr hier weh, was tut es dir weh hier ein Jahr mit uns, nochmal Euro League zu spielen, statt jetzt zum nächsten West Ham auf Platz 8 oder so in der Premier League zu wechseln, jetzt mal beispielsweise, ne, müssen wir natürlich alles noch abwarten, deswegen auch viel, viel einzuschätzen, hier schwierig, weil eben, ja, das Endergebnis im Sommer brutal wichtig sein wird, Deal, Justin Deal, ist das nächste Gerücht, das wäre auch wieder Thema Vorgriff wahrscheinlich, eher für den Sommer, ähm, Sturmtalent, auch so ein bisschen seine, sich nahe gemacht, weil er einfach brutal stark ist bei der U21 vom 1. FC Köln, durfte aber nie, äh, kam dieses Umzug unter Baumgart, weil er wohl auch, ähm, ja, den, den Vertrag auslaufen lassen will, der, der Deal, wenn ich das alles hier richtig verstehe im Sommer, und sie hat ja gesagt, ey, warum soll ich hier einen Spieler ausbilden, der bis Sommer da ist, so, auch, ne, manche sagen es ihm nach als Scheiß, Scheißaktion, manche sagen es ihm nach als, ja gut, macht schon irgendwie Sinn, was Baumgart da gemeint hat, jetzt, äh, ist ja Baumgart weg bei Köln, jetzt ist auch im Training dabei, der Justin Deal bei den Kölnern, dass wir mal gucken, ob er wirklich in der Rückrunde auch mehr Einsatzzeiten bekommt, oder mal Einsatzzeiten bekommt, beim 1. FC Köln, ähm, ist auch wieder so vielseitig vorne, ne, so Stürmer links außen mäßig, ähm, also, ein bisschen Backup für Führig mäßig in die Richtung, in der, in der, in der Rolle habe ich ein bisschen was gelesen zu, weiß ich, den auch nicht weiter Scouting technisch, da drin bin bei Justin Deal, ähm, 19 Jahre alt, eine Million Mark wert hat er aktuell, und Vertrag läuft eben im Sommer aus, ähm, jetzt gab es ein paar Gerüchte dazu, dass wir da sehr interessiert sein sollen an ihm, ist glaube ich auch noch ein bisschen abgeflacht, oder eben jetzt auch abzuwarten dann, weil der jetzt eben bei Köln auch wieder mit dabei ist im Training und so, vielleicht kriegt er doch seine Chance in Köln, ähm, ähm, aber dann vielleicht auch eher einer perspektivisch als, äh, ja, Sommervorgriff, ne, so ein Thema, vielleicht kannst du den Winter holen und leisten dann nochmal, oder du kannst den Winter schon für den Sommer verpflichten, ne, so Geschichten, ähm, und auf der anderen Seite, gleichzeitig noch daneben im selben Kicker-Artikel auch, gibt es noch was zu Christopher Olivier, oder Olivier, doch Olivier wahrscheinlich, ähm, 17 Jahre alt, U19 beim VfB, und da soll wohl, äh, RB Leipzig, ähm, äh, RB Leipzig, RB Salzburg, das ist ja eh das Gleiche, äh, RB Salzburg interessiert sein, ähm, ähm, ja, also könnte es sein, dass uns da vielleicht perspektivisch einer, ähm, neuer zukommt mit Riesentalent, und einer geht mit großem Talent, kann das auch zu Olivier nicht allzu viel sagen, nur dass er eben auch mal schon mal ein paar Mal dabei war, in irgendwelchen, ja, Testspielen und sowas im VfB-Kader, ähm, das bleibt natürlich dann auch einfach, äh, abzuwarten, wie gesagt, ist eben jetzt bei Köln im Training, äh, Top-Talent Justin Diehl, das ist eben auch ein großer Name, ne, auch ganz deutschlandweit ein Name, der glaube ich da ist, dass er ein Riesentalent ist, ähm, da bleibt abzuwarten, und ich glaube auch eher was dann für, für Sommer dann, Vorgriff Sommer wieder, Nübel-Zukunft, auch wieder Thema Sommer, weil der ja auch, wir haben ja keine Option und nix, ne, keine Kaufoption, keine Kaufpflicht, kein gar nix, einfach nur Laie bis zum Sommer, ähm, und da gab es mal ein Interview von ihm im, äh, im Dezember rund ums Bayern-Spiel dann, also ums Spiel von uns bei den Bayern, und man hat auch gesagt, ja, machen wir da keinen Stress, werden wir jetzt nicht entscheiden, auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht entscheiden, ähm, ähm, aber ein bisschen was Neues zu ihm kam durch, weil die Bild berichtet hat, dass die Bayern wohl durchaus das gar nicht für eine schlechte Idee halten würden, den Vertrag nochmal zu verlängern, ähm, läuft bis 2025, das heißt, wenn du nochmal ausleihen willst, musst du nochmal verlängern, weil hier kannst du nicht quasi auslaufen lassen, in den selben Sommer, wo dann danach vertragslos ist, ich glaube, in der Premier League geht das sogar mit irgendwelchen Regelungen, bei uns eben nicht, das heißt, sie würden den Vertrag wohl nochmal verlängern wollen mit ihm, um ihn dann eben nochmal ein Jahr auszuleihen, und dann vielleicht eben auch nochmal ein Jahr zu uns auszuleihen, ich glaube, damit, ich glaube, damit wären wir sehr happy alle, weil ich glaube, Nübel kaufen, gab es auch irgendwann Gerüchte, glaube ich, auch mal, dass er irgendwo im Bereich 10, 12 Millionen oder sowas liegt, wäre auch völlig fair für Nübel, mal gucken, was wir im Sommer uns das leisten könnten, dann haben wir auch das Thema, dass im Sommer auch andere Clubs auf ihn aufmerksam werden, war ja auch schon andere Premier-Clubs dran, an ihm, als wir dann den Zuschlag bekommen haben, Zuspruch bekommen haben, für die Leih jetzt eben in diesem Sommer, auch das Leih-Ding jetzt, dass wir auch da irgendwie die Hälfte vom Gehalt oder sowas nur zahlen müssen, das ganze System, sag ich mal, den Sommer zu kaufen, da hat man mit sehr, sehr vielen anderen werben, deswegen stelle ich es mir gar nicht mehr so schlecht vor, wenn das so ist, das ist ja so ein bisschen die aktuelle Info, auch da weitergehend noch, wissen die Bayern auch noch nicht so ganz wohl, was wir mit ihm anfangen wollen, sind wohl im Kontakt, ist ja, verlängern sie ihn nochmal, ist vielleicht doch eine Option, neuer irgendwann abzulösen, so Geschichten, die scheinen sich da alle insgesamt noch nicht so ganz sicher zu sein, kann es eh noch nicht sagen, wir sind jetzt im Januar, das ist alles Thema für Sommer, aber ich glaube da, um das runterzubrechen, wäre es glaube ich eine ziemlich geile Nummer, auch perspektivisch, weil wir mit Dennis Simon und sowas zum Beispiel hochziehen, der aber auch seine Zeit hat, den muss ja so nicht mit 18 oder so 19 in den Stammkeeper reinstellen, aber eben, wenn du einen Keeper holst, wie Nübel, den du nochmal ein Jahr leist, dann eben bis zur 25, gucken, ob dann mit Kaufer zu, mal gucken, ob ohne, aber wenn du den nochmal leist, einfach ein Jahr, dann hast du auch keinen Keeper an dich gebunden für 15 Millionen Ablöse mit Vertrag bis 2, 27 oder sowas, der dann so richtig, richtig vor Dennis Simon sitzt, das hatten wir auch schon im Sommer, dasselbe Thema, was machst du da, wenn du jetzt einen Keeper kaufst, richtig, richtig an dich bindest und sowas, dann verbaust du den Weg schon ein bisschen, machst eine Laie und so Geschichte, aber die ganzen Themen hatten wir auch schon im Sommer, fände es auf jeden Fall interessant, eine gute Option und sehr geil wäre es auch für uns natürlich, wenn wir Nübel halten könnten und eben, wenn es eben auch europäisch wird, wenn er weiter so performt, also europäische Quali oder sowas, irgendwas drin ist für die nächste Saison und eben weiter so performt, wäre es sehr, sehr geil, wenn wir den nochmal ein Jahr ausleihen könnten für die nächste Saison, um den weiter als sehr, sehr starken Rückhalt zu haben, aber das bleibt halt dann einfach abzuwarten. Verträge verlängern, erstmal ganz grundsätzlich, auch das ist schon länger bekannt, das ist so, dass wir uns, hat Roverle gesagt, dass man sich in guten Gesprächen befindet mit drei absolut wichtigen elementaren Spielern, Waldemar Anton, Kapitän, Chris Führig und Enzo Mio, alle Verträge bis zur 25 heißt, du gehst dann möglicherweise in den nächsten Sommer rein, wenn du eben den Vertrag nicht verlängert hast und Vereine gucken drauf und sagen, ha, nur noch ein Jahr Restvertrag, man kann es oft nicht vergleichen und man sollte es vor allem auch oft nicht vergleichen, aber da so ein bisschen, man kennt es ein bisschen von, von Karrieremodus und so Geschichten, von FIFA und so Geschichten, wenn du noch ein Jahr Restvertrag hast oder auch von Real Life logischerweise, ein Jahr Restvertrag hast, dann wird die Summe gedrückt, geht die Summe runter und kriegst du weniger Kohle für die Leute, deswegen auch da schon wichtig, die 25er Verträge anzugehen und das wurde und wird dann auch getan beim VfB, auch wichtige Spieler, haben wir jetzt natürlich auch hier direkt schon die erste gehabt mit Enzo Mio, ganz klar, ganz wichtig der Mann, haben wir schon rausbringen dürfen, also wir im Sinne von mein VfB, SCN, SCZ, nicht ich, aber wir so in dem Team, sag ich mal, konnten die Info schon früher bringen, Enzo Mio verlängert beim VfB Stuttgart, Vertrag hat er bis 25 gehabt und ist ihm jetzt verlängert bis 2028. Das ist schon ein Statement, das ist ordentlich, das ist eine lange Phase, das sind drei Jahre mehr, das sind jetzt viereinhalb Jahre Vertrag, die er noch hat, aber gleichermaßen, da auch schon sagen, dem Vernehmen nach gibt es eine Ausstiegsklausel, offiziell dazu ist jetzt nichts genaueres, also vor allem in Summe nicht, also in der Ablösesumme nicht, meine ich damit, was wohl auch dem Vernehmen nach so ist, ist, dass das diesen Winter nicht zählt und nächsten Sommer auch nicht, sondern erst ab nächstem Winter Transferfenster, also quasi in einem Jahr, ab da soll sie wohl gültig sein, die Summe von Enzo Mio, mit der er uns eben verlassen könnte, und dass der Verein irgendwas machen kann, Ricky Palm hat irgendwo geschrieben gehabt, unter dem Post, dass er nichts wüsste von der Ausstiegsklausel, aber verschiedene Infos, verschiedene Quellen, keine Ahnung, was da jetzt genau stimmt, ich kann es mir schon sehr, sehr gut vorstellen, das ist auch, wie gesagt, die Info von hier, SCN, SCZ, mein VfB, dass es eben eine gibt, wie gerade schon angesprochen, und klar, wir haben vielleicht Argumente, Europa, dies, das und so weiter, aber es ist schon durchaus realistisch, siehe Gerasi, siehe andere Spieler, dass man eben heutzutage sehr, sehr oft so Ausstiegsklauseln einbaut, egal wie gut es läuft, die Spieler lassen sich sowas immer gerne einbauen, die Spieler, ja, du musst halt sowas oft auch einfach dann eingestehen, solche Geschichten, solche Ausstiegsklauseln, um Spieler zu halten, ne, weil es ja auch ganz klar, weil auch wieder sehr viel Kritik daran war, an der Ausstiegsklausel, es ist alles besser, wie gerade auch schon angesprochen, es ist alles besser, ein Million zu verlängern, bis 2028, was auch ein Statement ist, er hat auch nur bis 2027 verlängern können, oder 2026, so, damit halt irgendwie ein bisschen mehr Vertrag da ist, aber zu 2028 schon ordentlich lange Verlängerung, alles besser, als wenn der nicht verlängert, erstmal, wenn du abwartest, und der dann im Sommer nur noch einen Restvertrag hat, und irgendwer da hinkommt und sagt, ja, hier, wir hätten ihn gerne, wir sehen einen Restvertrag, hier hast du 20, hier hast du 17,5 Millionen, ne, doof gesagt, für Mio, weil dann eben die Summe runtergeht, und das ja die Vereine ja auch wissen, die da Bock drauf haben, deswegen, die Verlängerung ist grundsätzlich brutal wichtig, grundsätzlich auch ein sehr, sehr starkes Zeichen, ein sehr gutes Zeichen für den VfB, für die Entwicklung, dass man auch mit einem Mio als erstes verlängert hat, weil Anton soll wohl auch schon recht bald folgen, da gibt es ja auch schon, hier Sky und sowas, die auch berichten, dass das bald folgen soll, da geht es bis 2027 wohl der Vertrag, keine Ahnung, ob da es eine Ausschiebsklausel gibt, dazu gibt es glaube ich noch keine Infos, aber auch der soll wohl verlängern, auch Führig soll wohl dann auch noch verlängern, wie gesagt, dieser Dreierpakt da halt, aber jetzt vor allem, Enzo, Mio jetzt schon und dann bald Anton zu Führig, gibt es glaube ich aktuell noch nichts genaueres, aber der soll wohl auch nur folgen dann eben, dass du eben solche Leute halten kannst, schon mal ein sehr wichtiges Zeichen, auch für den Verein, für den Weg vom Verein, für das Commitment von Spielern zum Verein, für die Entwicklung, für dieses, weil das ist ja auch oft so, Überraschungsmannschaft und geile Phase und zack, im nächsten Transferfenster sind drei Stammspieler weg, oder im nächsten Sommer, dann sind drei Stammspieler weg, dass du sowas auch in gewisser Weise vorbeugen kannst, weil klar, wie gesagt, Ausstiegsklausel gibt es wohl, aber die soll wohl auch entsprechend, oder zumindest meiner Meinung nach, entsprechend fair sein, auch da ist wieder sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, weil es ist hier Transfermarkt.de, Insider-Informationen, Transfermarkt.de-Forum, man kennt es als Fußballfan und da schreibt einer, dass diese Ausstiegsklausel knapp über 40 Millionen Euro liegen soll und wenn das stimmt, wie gesagt, es kann kompletter Quatsch sein, Transfermarkt.de, Forum, Foren, es kann kompletter Quatsch sein, aber wir nehmen es mal so, weil ich es auch für realistisch halte, die Ablösesumme, oder die Ausstiegsklausel-Summe, weil Mio hat ja jetzt einen Marktwert von 25 Millionen aktuell, auch schon sehr ordentlich, auch noch saujung, da waren es noch 21, 21, weil wir auch schon sehr jung geholt haben, aus Monaco, damals unter Missland Tat, 1,75 Millionen, jetzt ist er 25 wert, laut Transfermarkt.de und eben Ausstiegsklausel, wenn wir dem jetzt Glauben schenken, was wir mal hier machen, für den Part, über, oder knapp über 40 Millionen, das ist schon ordentlich, das ist ordentlich, die sagen auch manche, boah, hätte ich lieber 50 gesehen oder sowas, aber ey, wir sind immer noch der VfB Stuttgart, ne, klar, du hast Real Madrid, du hast Barcelonas, die irgendwelche 100 Millionen oder 2 Milliarden und sowas angeben, weil die auch welche angeben müssen, das perfekteste Beispiel wahrscheinlich, gerade was mir im Kopf gekommen ist, die müssen, glaube ich, auch jedem Spieler eine Ausstiegsklausel geben, aber vom Ding her, verstehe, was ich meine, wir sind jetzt auch nicht der Weltklub, der irgendein Spieler dann irgendwelche, ja, horrenden Summen reinschreibt, oder dem Spieler quasi nicht zugesteht, dass da eine drin ist, die Sinn macht, ne, so, das, so in der Richtung, weil eine Ausstiegsklausel hilft dem Spieler ja nichts, wenn jetzt eine Million eine Ausstiegsklausel von 80 Millionen hat, hilft ja nichts, ne, das ist ja schon auch immer ein Weg für die zu wissen, wenn ich hier geil performe, dann, ne, kann ich auch über einen anderen Weg hier auf jeden Fall meine weiteren Schritte gehen, ohne dass ich mit dem Verein irgendwie verhandeln muss, weil, ne, Ausstiegsklausel zieht da, zieht da andere Verein unter Spieler und da können wir überhaupt nicht mitreden bei dem Thema, ähm, und da finde ich bei Mio 40 Millionen finde ich sehr, sehr fair, klar, ne, aktuell 25 Millionen Mark wert, noch saujung, der kann sich diese Richtung entwickeln, der kann sich Richtung 40 Millionen Abnüsse so mehr definitiv entwickeln, ähm, und ist wie bei Ito, ich glaube, Ito war ja, glaube ich, auch irgendwo in die Richtung von 30 Millionen oder sowas, und auch da muss man sagen, ja, auch fair, so ein Thema bei mir zumindest, finde ich, eure Meinung gerne in die Kommentare, wie auch schon zu allem anderen natürlich gerne in die Kommentare, ähm, so nach dem Motto, ja, so 5 Millionen mehr wären auch schön gewesen, es wäre noch ein Stückchen krasser gewesen quasi, noch eine größere Hürde für andere Vereine, aber ist auch schon fair, so, mal gucken, ob ihr da mitgehen könnt, ähm, aber Ito auch, da weint, glaubt keiner, wenn jemand 30 zahlt, vielleicht hätte es so auf dem Markt für den 35 bekommen oder so, wenn er dann irgendwann wechselt, aber auf 30 kann auch keiner weinen, selber Milieu, vielleicht kannst du sogar irgendwann mal irgendwie für den 50 Millionen aufrufen oder sowas, aber weinen oder irgendwie traurig sein, dass wir nur 40 bekommen haben, kann, glaub ich, auch keiner dann bei so einer Ausstiegsklausel, also ich schenke dem mal sehr viel Glaube und hoffe eben im selben Atemzug einfach sehr daran, dass das stimmt, knapp über 40 Millionen Ausstiegsklausel, klingt für mich sehr, sehr plausibel auf jeden Fall und sehr, sehr fair auch, äh, für Enzo Mio und auch hier nochmal vorhin angesprochen, der VfB macht sehr viel richtig, Social Media mäßig und so weiter und auch hier, finde ich, ähm, hat er sehr viel richtig gemacht, ähm, schönes Video gemacht, äh, zu Mio, ähm, ihn hingesetzt, für ein Interview, ihm Fragen gestellt und so Geschichten, er auf Französisch mit Untertiteln, das ist einfach, einfach viel mehr Aufwand, früher war es irgendwie ein Bild noch auf Twitter, ein Bild halt für Website-Artikel, das war's, gab's kein Video, gab's kein YouTube-Video, wenn dann gab's irgendwie einen kurzen Clip mit Highlights, der auch mit drin ist, aber danach kommt auch, danach kommt noch ein Interview-Part mit Enzo Mio, schön, mit Hintergrund, Beleuchtung, schön, alles schön, der VfB wird besser, besser und besser, professioneller, weil das machen die meisten Vereine, gucke ich mir jetzt Dortmund an, mit Sancho, machen die irgendwelche, irgendwelche Vlogs, hier kommt er an, oder kommt er an mit dem Flugzeug, der erste Tag von Sancho beim BVB und sowas, ne, so Geschichten, das ist ja der Weg gerade und der VfB geht mir jetzt zumindest auch langsam mal mit, finde ich auch sehr, sehr nice und natürlich auch, wir hatten vorhin kurz die Pyramide angeschaut von Sky und das andere möglicherweise richtige, möglicherweise völliger Humbug hier mit dem Capology-Ding, Mio gehört jetzt wohl beim Gehalt zu den Top 10 beim VfB, kein Spitzenverdiener, aber Top 10, das ist ja auch immer klar, weil Vertragsverlängerungen sind ja oft auch einfach nur eine Vertragsanpassung, Vertragsänderungen in dem Sinne, mehr Gehalt für den Spieler, mehr Laufzeit für uns, mehr Planungssicherheit für uns, Ausstiegsklausel als Weg raus für ihn, ne, aber das Ding, wie gesagt, Ausstiegsklausel darf gerne noch irgendwer irgendwann so halb offiziell bestätigen, bitte, dass sie stimmen, die knapp über 40 Millionen, da bin ich damit auch sehr, sehr zufrieden, aber auf jeden Fall nichts, wo man meckern kann und da mal gespannt, wie lange es bei Anton noch dauert, da soll ja auch schon recht bald was passieren mit den, mit 2027 und wie sagt Mio, ey, 2028 ist schon echt ein Statement, 2028 ist echt, echt, echt ein Statement und auch Mio finde ich, um das noch abzuschließen, kommt auch schon so rüber, wie er es, ja, wie er in den Gespräch rüberkommt, wie er in dem Zitat zur Verlängerung und sowas rüberkommt, mit der Vertragslänge auch und sowas, ähm, dass der sich, das jetzt glaube ich nicht direkt mit dem, mit der ersten Trans, mit dem, mit dem ersten, äh, Fenster, wo die Ausstiegsklausel möglich ist, geht, so vom Gefühl her, ist auch erst in einem Jahr, ne, aber es wirkt nicht so wie einer, der jetzt verlängert halt, damit der Verein happy ist und dann müssen wir mal wechseln, ne, der wirkt schon so, als würde er, es hätte da auf jeden Fall auch Bock drauf, ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung bis 2028 einen großen Anteil daran haben unsere Fans und unser Stadion, die Atmosphäre bei den Heimspielen ist unglaublich, wir haben eine Top-Mannschaft, einen tollen Trainer und zuletzt erfolgreiche Spiele bestritten, deshalb habe ich mich entschieden, länger beim VfB zu bleiben, auch einfach schön, auch schön uns noch mit reingenommen, die Fans und sowas, ähm, hat ja auch alles komplett recht mit, ne, aber trotzdem Dinge, die einfach komplett angenehm sind, sich sehr, sehr schön anhören, ähm, und, äh, ja, Frankreich, U21-Nationalspieler, auch das spreche ich immer wieder gerne an, weil er einfach Thierry-Origra-Trainer ist, auch einfach Legende, einfach geil, dass Mio da in dem Kader dabei ist, er auch olympische Spiele angesprochen, ist ja auch zur 24 im Sommer, da stellen sie auch immer eher so eine U21-Truppe da, da ab quasi, die Nationalmannschaften, äh, im Fußball, und das ist auch sein Traum, da vielleicht, ähm, da vielleicht, äh, hinzukommen, ähm, und, ne, letztes Restthema bleibt eigentlich das Thema Ausstiegsklausel, gibt es eine, ne, die Infos aktuell sind, dass es eine gibt, ähm, Mio klingt jetzt nicht so, zumindest aus seinen Aussagen, sag ich mal, ganz vage formuliert von mir auch, seine Ausdrucksweise geht irgendwie fast in die Richtung, als hätte er keine, aber muss auch nichts heißen, so, aber ich habe so das Gefühl, dass der Mann schon Bock hat, dass der Mann Bock hat, hier zu sein, Bock hat auch, auch, ne, mit Absicht bis zu 28 verlängert hat und sowas, sowas hält nicht von der Ausstiegsklausel ab oder so, also zumindest, äh, klingt das, wie vorhin auch gerade schon, schon gesagt, fangen ganz wieder an, mich hier über Kopf und Kragen zu reden, bin gleich, bin gleich durch mit Mio, keine Sorge, ähm, aber, sein Aussagen und sowas, wirkt schon so, als würde er auf jeden Fall auch schon planen, hier länger zu bleiben, aber Fußball, ne, lang, äh, auf jeden Fall, ne, kurzfristiges Geschäft, schnelllebiges Geschäft, ähm, muss alles nichts heißen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen, äh, mal gucken, ob wir irgendwann noch eine genauere Bestätigung zu der Ausstiegsklausel, ähm, bekommen, und das letzte noch hier in dem Punkt des interessanteren Gerüchten ist Lilian Eckloff, auch da Thema Sommer, gibt es auch nichts Konkreteres, ähm, aber da natürlich auch die Frage, wie läuft es bei dem weiter, da hat auch nur Vertrag bis Sommer, ähm, aktuell keine Vertragsverlängerung in Sicht eigentlich, der Kicker sagt, dass es natürlich Vollgas gibt und er versucht und versucht, wir rechnen uns aber nicht die größten Chancen ein, dass man mal irgendwie nochmal den riesen Vertrag bekommt bei uns im Sommer, andere oder andere Meinungen gibt es natürlich auch, dass er hier alles gibt, dass er Vollgas gibt, dass er, ähm, kämpft darum, hier zu bleiben, in Testspielen, im Training, im, ja, im eigenen Training, ne, selber Weiterentwicklung von ihm und so weiter, deswegen, der auch noch ein Thema für Sommer, nur noch Vertrag bis zur 24, aktuell tut sich da wohl nicht so viel, mal gucken, ob, äh, ja, das Kapitel Eckdorf beim VfB über den Sommer hinaus weitergeht. Ab zum Punkt ganz viel Gerasi, weil da muss ich auch brutal viel aussortieren, er hat eine Menge an Links sich angesammelt, bei mir heilige Scheiße, ähm, hier so ein bisschen wieder Clubs reingeschmissen, die genannt wurden in seinem Zusammenhang, wir haben West Ham, wir haben AC Mailand, äh, hat man auch ein kurzes Thema mit Italien, wo irgendwie jetzt sich auch irgendwas in der Steuer wohl geändert haben soll, mittlerweile, weswegen es auch nicht mehr so interessant ist, ähm, weil jetzt wohl mehr abgeben müssen, äh, auch die, die, die Sportler, die Fußballspieler dort, aber ganz am Anfang war das Thema, dass eben nicht so viel Gehalt will, lediglich ein Nettogehalt in Höhe von 4 Millionen Euro pro Saison fordert, und das macht ihn eben attraktiv für die Clubs, die an ihm dran sind, ähm, und bei uns soll er eben aktuell 3,5 Millionen verdienen, also keiner, der jetzt sagt so, ich sag's ja vom VfB weg, man will jetzt doppelte Gehalt, ne, ähm, scheinbar, denn wenn ich es richtig rauslese, hat er dann wohl doch irgendwie, oder will er dann wohl scheinbar doch mehr, ne, alles nur berichtet, ne, manchmal von Seriöseren, manchmal von weniger Seriösen, ähm, aber hier von Di Masio, der eigentlich gar nicht mehr so schlecht ist, glaube ich, ähm, hieß es dann, dass er doch irgendwie 5 Millionen haben will, und deswegen wäre AC Mailand eher raus, ähm, wahrscheinlich dann auch, vielleicht dann jetzt zusammen mit diesem Thema von Steuer und so Geschichte in Italien, weil er eben dann doch mehr will, um am Ende da eben wieder gleich viel rauszubekommen, ähm, im Vergleich zu vielleicht früher weniger Abgaben, deswegen hätten da wahrscheinlich 4 gereicht oder so, ne, keine Ahnung, bin nicht so tief drin, aber auf jeden Fall wohl nicht so interessant mehr das Thema AC Mailand, auch Ricky Palm meinte wohl, äh, dass Gerasi nie die Absicht hatte und hat, äh, äh, nach Italien, zu wechseln, Premier League wurde auch oft genannt, Manchester United natürlich, vorhin schon West Ham, dann heißt aber, dass Man United selbst für diese 17,5 Millionen wohl nicht genug Kohle hätte, wieder wegen Thema Financial Fair Play und sowas auch, also Vogelwild, ähm, dann, ähm, Newcastle wurde genannt, Atletico wird auch immer wieder mit reingeschmissen, aber ohne jemals irgendwie ein großes, ernstes Gerücht dazu zu haben, ähm, Newcastle selbe Thema, auch die müssten wohl selber erstmal abgeben, wegen, äh, hier Financial Fair Play, bevor sie Gerasi verpflichten könnten, äh, rauskaufen könnten, äh, Vogelwild, ne, also Tottenham, ähm, war wohl auch mal interessiert und irgendwann hieß es glaube ich auch mal, dass Gerasi Interesse an Tottenham hätte am meisten, in Sachen Premier League wechselt, da aber jetzt ja schon Timo Werner rüber perleihe zu Tottenham, also die Position, Planposition eigentlich auch schon durch, sag ich mal, ähm, irgendwann wird auch mal die Bayern genannt, Vogelwilderweise, aber da für Thema Sommer, Optionen für den Sommer, aber auch da, ja, keine Ahnung, ne, hat auch, hat auch Plettenberg hier auch schon geschrieben, dass, äh, Nummer zwei hinter Kane eigentlich keine Option für Gerasi ist und das Thema eigentlich abgehakt, weil warum sollte auf einmal ein Kane im Sommer weg sein, so, also Gerasi zu Bayern sehe ich auch wirklich überhaupt nicht und dann kommen wir auch schon zu dem Punkt, den ich vorhin auch schon ein paar Mal angesprochen habe, auch Ricky Palm sagt es hier, er wird im Winter nicht wechseln und da glaube ich auch daran, dass er nicht wechseln wird, ähm, wie gesagt, Winter wohl, äh, diese 17,5 Millionen, im Sommer sind es wohl ein bisschen mehr, äh, sind es dann wohl um die 20 Millionen, äh, die er an der Ausstiegsklausel hat, Siru Gerasi und, genau, das Thema ist eben auch Ausstiegsklausel, da gab es auch die verschiedensten Meldungen, in den verschiedensten, äh, Tage quasi genannt wurden dazu, jetzt sind wir eigentlich quasi genau da, am Ende angelangt, weil irgendwann hieß mal, dass es am 15. Januar auslaufen soll, seine Ausstiegsklausel von 17,5 Millionen im Winter, das heißt, danach ist es vorbei, mit der Ausstiegsklausel, danach können wir wieder frei verhandeln, ähm, ähm, was natürlich geil ist, weil aktuell im Marktwert 40 Millionen bei Transfermarkt.de, da würden natürlich ein Vielfaches der 17 Millionen, äh, 17,5 Millionen für ihn bekommen im Winter, sollten wir quasi mit am Tisch sitzen, was wir ja nicht tun würden bei 17,5 Millionen Ausstiegsklausel, ähm, andere schreiben hier von nur bis Mitte Januar, da sind wir jetzt gerade rund um den Start des Afriacups am Samstag, da sind wir gerade, Samstagabend, Afriacup-Start, manche haben auch geschrieben, äh, quasi in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar, soll das Ding auslaufen, das heißt, das Ding wäre schon ausgelaufen, ich glaube, wir können es damit abhaken, es gibt gerade überhaupt null Gerüchte dazu, dass er im Winter wechseln wird, es gibt gerade, ja, Afriacup beginnt jetzt, was ja auch, glaube ich, nochmal ein bisschen Riegel vorschiebt, vor viele Verhandlungen, whatever, die werden sich auf ihren Afriacup konzentrieren, ähm, plus, manche sagen Elfter, manche 15er, manche sagen rund um den Start Afriacup, sagen es aber mal so, zum Stand von jetzt, noch nicht ganz klar, aber wir können es, glaube ich, so formulieren, die Gerasie wechselt im Winter nicht per Ausstiegsklausel, ich bleibe auch dabei, dass er im Winter generell nicht wechselt, weil, warum, habe ich auch schon oft genug angesprochen, brauche ich jetzt nicht zu lange zu machen, das ist ja, aber warum jetzt schon im Winter, ihr könnt hier riesen Moves machen mit uns, ihr könnt hier wahnsinnig viele Tore weiterhin schießen, Rekorde brechen, für uns, bei uns, nach Europa kommen, ist hier, ja, geliebt, gefühlt, verehrt, hat hier Stammplatz, hat hier Führungsrolle, und so weiter, und so fort, warum gebe ich das auf, klar, wieder Thema, Gehalt, größerer Verein von mir aus, oder irgendwie Champions-League-Verein oder sowas von mir aus, aber selbst dann, gibt es, glaube ich, keinen Champions-League-Verein, wo der auf jeden Fall von Anhieb Startelf spielt und sowas, will er auch immer haben, er will ja Stürmer Nummer 1 sein, wo er hingeht und wo er ist, oder auf jeden Fall sehr nah, mindestens mal in Stürmer Nummer 1 sein, Chancen darauf haben, realistische, deswegen, abgekürzt, diesen Winter bleibt Gerasi, bin ich mir 100% sicher, aber ich bin schon die ganze Zeit eigentlich ziemlich sicher, dass er nicht mehr geht, plus eben jetzt auch noch das Thema Ausschiegslausel, wohl ja abgelaufen für diesen Winter, sagen wir mal das nächste Spiel nochmal, aber für diesen Winter dann wohl abgelaufen, das heißt, danach kann der VfB ja auch dann sagen, wenn irgendwer anruft, ey, wir haben Interesse, ja, ist schön, 17,5 Millionen sind leider vorbei, war ein bisschen spät dran, wir hätten gern 80, so, das ist das Thema, deswegen glaube ich absolut an gar nichts, wir hatten auch ein ganz kurzes, deswegen ganz viel Gerasi, weil es auch noch andere Themen zu Gerasi natürlich waren, wir hatten ein ganz kurzes Ding, wo er irgendwo mal gesichtet wurde, abgelichtet wurde, mit einem Leverkusen-Trikot, wo wir alle durchgedreht sind, irgendwann hat er auch für Ewigkeiten mal ein Leipzig-Trikot getragen, hat auch einer auf Twitter geschrieben, den Post wiederum, hat Gerasi geliked auf Twitter, quasi, man soll quasi jetzt kein großes Ding draus machen, er trägt halt einfach gerne Trikots von Kollegen, hat auch schon mal ein RB Leipzig-Trikot an, heißt alles nichts, logischerweise heißt es nichts, aber ich glaube, manche haben die Bestätigung gebraucht, dass das alles nichts heißt, die hat er damit eigentlich geliefert, und wir haben gerade auch schon angesprochen, die Thema von Wichtigkeit bei uns, der Mann hat 50 Prozent der Tore geschossen, die wir geschossen haben bisher in dieser Saison, der Mann, das spricht auch Nils Petersen genauso richtig an, oder hat es angesprochen, rund um Weihnachten, er hat aktuell eine unfassbare Beliebtheit, das ist manchmal mehr wert als ein Monatsgehalt, es wäre bedenklich, das einfach herzuschenken, ihr habt die Möglichkeit, mit Schuttgart etwas Sensationelles zu schaffen, ihm Rollen ziehen Schuttgart den roten Teppich aus, und genau das ist es, er bringt es eigentlich genau auf den Punkt, auch das, was ich vielleicht vorhin ein bisschen zusammengestammelt habe, aber er bringt es genau auf den Punkt, auch die ganzen, ich sage mal, Transferjournalisten, wie auch immer, auch heißt überall, dass es aktuell überhaupt keine Tendenz gibt, dass er wechselt, sondern eben die Tendenz, dass er bleibt, da haben wir natürlich auch ein kurzes Thema gehabt, dass er verletzt ausgewechselt wurde, nach einer halben Stunde, im Freundschaftsspiel gegen Nigeria, und da auch mittlerweile Entwarnung, er ist auch weiterhin beim Afrika Cup mit dabei, Oberschenkelverletzung, aber eben nichts Strukturelles und sowas, nichts Schlimmes, leichte Zerrung, geringfügige Belastung, das wurde jetzt alles so dazu gesagt, deswegen ist er weiterhin, wie geplant mit Guinea beim Afrika Cup, der gute Seru Girasi, und ja, ich glaube, wir können uns auch erfreuen, dass der Mann bleibt, auch da gab es schon länger, eine wildere Geschichte, vom STR-Podcast noch, zum Abschluss, wo Ricky Palm erzählt hat, dass er mit dem Bruder, war es glaube ich, von Girasi im Zug saß, was war die Strecke, Brüssel, Stuttgart, irgendwie sowas, hat er erzählt, mit ihm gesprochen, natürlich nicht alles ins Detail weitergegeben und sowas, also auch vertrauliche Gespräche, sowas, aber auch da kam ganz klar raus, dass Girasi, obwohl es sich sehr wohl für beim VfB, und auf jeden Fall auch noch bleibt, bis Sommer und auch eventuell danach noch ein Jahr, das kommt dann auf die Lage an, wo der VfB am Ende der Saison steht, so ein bisschen, das kam so ein bisschen raus aus dem STR-Podcast, auch schon ein bisschen länger her, aber das noch zum Abschluss. Und bevor die Bundesliga weitergeht für uns am Sonntag 17.30 in Gladbach, kommen wir zu Bundesliga-Vergleichen nochmal, oder Bundesliga-Statistiken, hat die Bundesliga von offizieller Stelle, also bundesliga.com, rausgehauen, der bisherigen Saison, die besten Listen der bisherigen Saison, und auch ein paar weitere, auch Kicker hat ja seine Ranglisten gemacht, das gehen wir hier noch kurz durch, bevor es dann zu Gladbach geht, eine Torschützenliste, ist natürlich Girasi auf der 2 mit dabei, dann haben wir hier Torhüter mit der besten Torwart-Effizienz, da haben wir den guten Nübel auf Platz 5 mit dabei, das ist ordentlich, 5 bester Keeper, was das angeht in der Bundesliga, da haben wir auch schon anderes erlebt, andere Vergangenheit erlebt beim VfB, ohne da irgendwelche Keeper groß angehen zu wollen oder so. Die schnellsten Spieler, ist natürlich auch weiterhin Silas mit dabei, auf Nummer 2, 36,15 kmh, beste geknipste Zeit bei ihm, Schnelligkeit, zweikampfstärkste Spieler der Liga, auf der Nummer 2, dann Axel Zagadou, hat im Schnitt insgesamt, im Schnitt runtergerechnet, 68,5% seiner Zweikämpfe gewonnen, und in der Luft ist er sogar mit Abstand Bundesliga-Bester, 82% seiner Kopfballduelle gewinnt der Mann, wie gesagt, mit Abstand Bundesliga-Bestwert, Pass-Effizienz haben wir natürlich auch einen dabei, der nicht allzu sehr wundern dürfte, Angelo Stiller auf Platz 4 in der Bundesliga, auch interessant, auch der ist mit dabei beim Thema progressive Pässe, also Pässe, mit denen mindestens rund 10 Meter Raumgewinn erzielt wurden, also wertvolle Pässe, sag ich mal, und da ist Stiller auch auf Platz 5 in der Liga, in Sachen Menge, in der Menge der gespielten progressiven Pässe, so rum, dann haben wir beste Abschluss-Effizienz, und da haben wir auch Gerasi mit dabei, auf Platz 2, und dann kommen wir zum Kicker, haben wir Torwart, da haben wir Nübel in der nationalen Klasse, über ihm noch Baumann, Neuer und Kobel, in derselben nationalen Klasse mit ihm, Radetzky, Blasmich, Trapp und so weiter und so fort, dass der Ulreich mit drin ist, ist ein bisschen wild, auch da sowieso generelle Disclaimer, ich glaube, sehr, sehr viele sind nicht die größten Fans vom Kicker-Ranking, ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich nehme es trotzdem mit rein, auch hier wieder Innenverteidiger, haben wir internationale Klasse, also Weltklasse hat keiner belegt, internationale Klasse haben wir auch keinen dabei, also wir nicht, Kosenu, Ta, Upamecano und Tapsubasson dabei, nationale Klasse, haben wir dann Anton und Zagadu mit dabei, auch mit Leuten wie Vogt, Kim, Klostermann, Pacho, Koch und so was, sehr, sehr viele in der nationalen Klasse, Außenbahnen, da haben wir Weltklasse, Grimaldo und Frimpong, und dann in der internationalen Klasse haben wir Ito und Henrichs, auch schön, dass Ito da nochmal in eine extra Kategorie reingerutscht ist, oder in eine bessere reingerutscht ist, und auch sehr schön, freut mich auch sehr, ich glaube auch die wenigsten erwartet vor der Saison, den Mann loben wir auch schon oft genug, auch absoluter Fan-Deeping geworden, Mittelstädt, nationale Klasse auf der 5, weiter geht's, defensives Mittelfeld, da haben wir Xhaka und Palacios in der nationalen Klasse, also Leverkus überragt natürlich logischerweise, dann haben wir Stiller in der nationalen Klasse, einfach, ja, auf einem Level mit Kampel, Ostlager von Bochum, der ist nicht so ganz, oder habe ich einfach überhaupt nicht im Bilde, kann nicht sein, dass es stimmt, aber überhaupt nicht in meinem Blickfeld, den Mann von Bochum, Stach, Kimmich, Rocco Reitz, Schlager, Goretzka und Stiller mit dabei, ja, internationale Klasse wäre vielleicht noch nett gewesen, aber ist, glaube ich, in Ordnung, aber wer natürlich ganz klar fehlt, ist da halt ein Karasor, ein Karasor fehlt da zum Beispiel absolut in diesem Ranking, Offensiv-Mittelfeld haben wir Wirz in der Weltklasse, in der nationalen Klasse haben wir Xavi und tatsächlich Hofmann auch von Leverkusen, in nationaler Klasse haben wir Musiala, Kramaric, Demirovic und auch eben Mio, der ist da auch mit dabei, mit Reus, mit Brandt, mit Shaibi und sowas, auch sehr ordentlich, Rangliste, Außenbahn-Offensiv haben wir Weltklasse Sané und als einziger, also auch einziger Weltklasse, einzige internationale Klasse ist Führig, dann haben wir noch nationale Klasse, da kommen noch hier Janiklas Beste, Ding Chi, Adli, malen und so Geschichten, also auf jeden Fall cool, dass da auch Führig nochmal ein bisschen höher gerankt ist und im Sturm Weltklasse Harry Kane alleine, internationale Klasse haben wir Gerasi, Boniface, Openda, Mamusch, Wind, nationaler Klasse ist Undaf, das finde ich glaube in Ordnung, Bayer, Füllkrug dabei und sowas, Plea, man kann schon glaube ich sehr gut dafür debattieren, dass du einen Gerasi auch gerne in die Weltklasse gepackt haben könntest, weil klar, Argument ist immer, ja aber Kane hat doch schon mehr gemacht in der Karriere, dies, das, es geht ja rein alleine um die Hinrunde. Es ist ein Hinrunden-Ranking, es geht nur um die Hinrunde und dann musst du eigentlich Gerasi auf ein selbes Level heben wie Kane, finde ich persönlich, eben auch bei, werde ich auch immer dabei bleiben, eben auch in dem Vergleich, bei welchen Klubs man das macht, dass ein Kane bei den Bayern, seine, was weiß ich, wie viele Hütten es jetzt sind, 20, was weiß ich, macht in seinen Spielen, ja, ist stark und ja, der ist ein geiler Spieler und ich will ihm auch gar nichts runterreden und wegreden oder sowas, aber er macht es bei den Bayern und er macht es als der beste Premier League Stürmer, also Tore mäßig, aller Zeiten. Da kam jetzt keiner für, bei uns zum Beispiel in dem Vergleich, keiner für 9 Millionen aus Frankreich irgendwo, der vor ein paar Jahren noch verschrien war, als Flop bei Köln und die Stars, da kommt einer der besten Stürmer der Welt, geht in den Sturm zu den Bayern und trifft halt, wie er sollte. Ich finde alles, alles, alles unter dem, was Kane aktuell macht, wäre eine Enttäuschung, übertrieben gesagt. Klar, jetzt sagen sie auch da, dass man, dass man das so emotional, sag ich mal, auch nicht so mit einnehmen kann, in die, in das Ranking, würde ich auch okay finden, aber dann, in dem Gerasi zu sagen, 14, äh, 17 Tore hat er gemacht, sogar in weniger Spielen als Kane und den bringst du dann unter ihm, internationale Klasse, obwohl der hier bei einem Teamspieler letztes Jahr auf Platz 16 war, am Abstieg gekämpft hat, der auch noch kurz eine Verletzung mit drin hatte, also ich finde, dass du Kane und, äh, und Gerasi auf jeden Fall auf ein Level stellen kannst, stellen solltest, Boniface dann der erste internationale Klasse, wenn man so tun würde, auf Nummer 3, Gerasi rutscht eben einen hoch, in meinem Kopf, und dann fände ich es fair, Boniface verballert ein bisschen zu viel, auch super, super Stürmer und internationale Klasse ist ja auch geil, ähm, finde ich es sehr fair, weil so ist dann auch ein Gerasi im selben Level internationale Klasse wie ein Mammusch, come on Junge, selbes Level wie ein Wind, ach komm, ja das ist halt wirklich ein bisschen Quatsch, Gerasi hättest du gerne auch auf die Weltklasse hoch schieben können, ähm, aber, das schließt das Thema hier von, ähm, ja, so, so Bundesliga-Vergleichen und Statistiken und sowas ab, äh, den, den Unterpunkt hier, ich glaube einfach, uns fehlt da immer noch, auch wenn wir natürlich stark unterwegs sind, aber uns fehlt da halt einfach immer noch, auch in einer gewissen Weise, ja, der Blick auf uns, die, die Lorbeeren oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren kann, wir fällt gerade nicht das richtige Wort dafür ein, uns fehlt, uns fehlt dieses Scheinwerferlicht auf uns, glaube ich, so ein bisschen, uns fehlt der Name, glaube ich, immer noch so ein bisschen einfach, weil siehst du auch bei so offiziellen Geschichten, weil Brunzi natürlich auch ein bisschen Promo gemacht hat von der englischen Seite aus, äh, quasi Brunzi legt wieder los, hier sind die Top-Stürmer, The Finishers auf Englisch, da ist zumindest ein Undaff dabei, dass da kein Kerasi dabei ist bei Finisher, macht gar keinen Sinn, da rennt dann Openda, Kane, Füllkrug, Wind, Bruniface und Undaff, klar, dass ich den rauslasse mit 17 Toren, ne, ist ja logisch, und auf einem anderen Bild ist noch viel geiler, da hast du ja einfach, die, äh, hier dynamische Duos, die Dynamic Duos, und da rennt da, ja, Boniface-Würz, Kane, Sané, Füllkrug, Brandt und, äh, Openda und, äh, Xavi-Simmons rum, alles fair, gut, Brandt, Füllkrug, ne, das ist halt wieder das Thema, ne, Dortmund ist beliebter, größer für die Fanbase und bla 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 im Weltfußball, wir müssen hier mit reinklatschen, Dortmund ist auf Platz 5, Junge, wir sind auf Platz 3, ne, oder auf Platz 4, auf Platz 3, ähm, wir sind sogar noch vor Leipzig, so, warum ist da keiner von uns, Dynamic Duos, Junge, Füllsch und Gerasi stehen bei 28 Scorern zusammen, 28, und da ist, da ist keiner im, im Dynamic Duo-Ding, du kannst auch einen Undaff und einen Gerasi da reinstellen, passiert nicht, weil wir wahrscheinlich echt noch nicht dieses große Scheinwerferlicht auf uns haben, ähm, selber wie gesagt auch bei The Finishers, schön, dass ein Undaff da ist, aber 17 Tore Gerasi, zwei Beste, und jetzt nicht bei The Finishers dabei, na, aber vielleicht nur, was heißt vielleicht, Safe-Thema ist nur uns VfB-Fans, oder, ja, mich jetzt in dem Fall, ein bisschen emotionalisieren kann, aber, ey, sollen sie machen, sollen sie uns noch ein bisschen unter den Kamm, äh, ja, unter den Tisch kehren, das ist die richtige, richtige Formulierung, sollen sie machen, wir machen unser Ding weiter, ist auch okay, vielleicht noch nicht das riesengroße Scheinwerferlicht, noch nicht, dass uns auch, dass auch andere erwarten, dass wir auf einmal irgendwo auf Platz 3 enden oder sowas, vielleicht auch gar nicht so schlecht für uns, lass uns einfach machen, lass uns kochen, lass uns machen, lass uns in die Rückrunde gehen, aber ist schon ein bisschen, bisschen frech in so manchen Rankings, Grafiken, ne, Bundesliga, äh, Promo, dies, das. Und dann sind wir soweit, Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart, morgen 17.30, Abschluss von der Hinrunde, nicht nur vom Spiel, aber von der gesamten Hinrunde, das Abschlussspiel dann, ähm, zuerst PK, die war am Donnerstag, ne, äh, also Gerasi, Silas, Jong, Ito weg, ne, ist ja klar, von denen, die da sein können, sind wir fast komplett, hat Hönitz gesagt, Eklov fällt noch aus, macht Heiltraining und macht Fortschritte, ähm, und Nachteil, ne, Langzeitverletzung fällt auch noch aus, er hat und davon nochmal gelobt, ähm, bringt viel mit, insbesondere über seine Toria-Qualitäten und kreativen Abschlüsse erführt, kommuniziert und ist taktisch klug, ähm, nochmal die Vorbereitung gelohnt, äh, gelohnt, gelobt, äh, haben uns gesteigert und mit dem Testspiel einen guten Abschluss gehabt, wir sind gut unterwegs, ich glaube, wir sind bereit, aber wir haben noch zwei Einheiten vor uns, die wichtig sind, mit dem Aussatzspiel haben wir eine schwierige Aufgabe vor der Brust, und was er auch gesagt hat, ne, ist ja auch ganz klar, Afro-Jakup und sowas, jetzt sind ein paar Leute weg, bieten sich Chancen, die Jungs sind eingeladen, also über die Jung und Wilden, über U21 und U19-Spieler, die ja auch schon öfter im Training mit dabei sind, auch schon im Kader mal dabei waren und sowas, ne, sind eingeladen, diese Chancen zu nutzen, ähm, durch selbstbewusste Auftritte, da wird es Möglichkeiten geben, wir werden schon am Wochenende sehen, wer da in den Kader rutschen kann, mal gucken, ne, die Benedetto und so Geschichten, wer da mit nach Gladbach reist vielleicht, ähm, auch hier nochmal, die Chancen sind so groß wie nie, bin echt gespannt, ob wir da nochmal ein paar mehr sehen und eben auch im Sinne von Einsatzzeiten, das werden jetzt keine 90 Minuten sein, aber irgendwie mal die ersten fünf zu geben oder sowas, das ist immer eine schöne, eine schöne Nummer, glaube ich, und Hoeneß, wissen wir ja eh, auch schon lange Jugendtrainer gewesen, ich glaube, der hat auf jeden Fall auch einen, einen, einen Fühler für, einen Finger für, ähm, Gladbach ist zu Hause stark, gute Spiele gezeigt und sind im Pokal auch weitergekommen, ähm, auswärts in Gladbach ist es allgemein schwierig zu spielen, sagt Hoeneß, individuelle Klasse ist auf dem Platz, da musst du Zugriff haben auf die Jungs, die definitiv kicken können, wir werden versuchen, Waffen, ihre Waffen nicht ins Spiel kommen zu lassen, gegen ihre spielstarken Spieler brauchen wir Zugriff und müssen eben die Räume nehmen, es geht darum, dass wir eine gute Struktur, Positionierung, Aktivität mit dem Ball, ähm, haben und das Spiel kontrollieren dadurch, dass wir wieder eine gute Haltung haben, die Basics, ich mache jetzt mal die Basics, ähm, müssen stimmen und sofort da sein, ne, in Anführungszeichen, normales Gelabere halt, so, zu spielen, aber auch immer, naja, mit der, mit der, mit der Schärfe, mit der Klarheit, die man von dem Höhenes kennt, auch er hat sich nochmal geäußert, zum Tod von Franz Beckenbauer, vom Kaiser, war natürlich auch eine große Meldung diese Woche, äh, auch ganz schön, was die Bayern da gerade drumherum machen, ne, vor dem Spiel, Allianz Arena angeleuchtet und so weiter, wirklich sehr schön, logischerweise kein Bezug zu Franz Beckenbauer, in dem Sinn, ihn auch nie spielen sehen, aber man hat schon gemerkt, oder man, war schon eine Meldung, wo man erstmal gedacht hat, wow, okay, krass, so, wie gesagt, ohne persönlichen Bezug, ohne irgendwas, aber schon eine riesen Persönlichkeit im deutschen Fußball, ähm, ja, wahrer ist er, ist er gewesen, wie er immer es formulieren will, ähm, unfassbar geprägt, und auch höre nochmal schöne Worte, an, äh, an Franz Beckenbauer, ähm, verloren, oder zu, zu seinem Tod, äh, verloren, ähm, und jetzt haben wir auch wieder Port Kahnstadt hier, auch da wieder natürlich die Promo, ganz wichtig, weil da gab es auch schon meinen Einspieler zum Gladbach-Spiel im Podcast, am Donnerstagmittag, Donnerstag Nachmittag, immer 16 Uhr, der Release, und auch hier wieder ein paar Daten zum, äh, zum Gladbach-Spiel, ähm, nämlich Tradition, 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 das erstmal, 54 Spiele in Gladbach gab es, 15 Siege für uns, 20 Mal verloren, 19 Unschieden, letzten vier Spielen dort gab es vier Niederlagen, vier Unschieden und nur zwei Siege, das war 221 und zuletzt 2012 davor, also, nicht unbedingt der beste, das, das, das beste, ja, der beste Acker für uns, auswärts, sag ich mal, ähm, und Thema Tradition, ewige Tabelle, ewige Tabelle, die Bundesliga-Tabelle of all time, da sind wir auf Platz 4 und Gladbach auf Platz 5 und wir haben aktuell 18 Punkte Vorsprung, ähm, auf die Borussia, ähm, in der Liga ist es tatsächlich Platz 12 gegen Platz 3, also die Favoritenrolle ist dann doch in dem Sinne durchaus gegeben, die uns zu geben, ne, wir haben 34 Punkte, sind doppelt so viele wie Gladbach, ähm, und in der Jahrestabelle haben wir es auch abgehandelt, langen gehabt, Platz 5, wie vorhin auch schon gesagt, mit 53 Punkten, und Gladbach war auf Platz 11 mit 38 Punkten, ähm, Tabellennachbarn sind wir in den Gesamtmarktwerten, hier haben wir es nochmal aktuell im Vergleich zu vorhin, Platz 8, Gladbach gegen Platz 7 uns in der Bundesliga, da müssen wir ein bisschen aufpassen, Gladbach trifft an zweitmeistern der Liga per Kopf, wir sind da auf Platz 6, ähm, Gladbach, äh, trifft öfter in der ersten Halbzeit, wir in der zweiten Halbzeit öfter, auch darauf ist ein bisschen zu achten, ähm, Gladbach kassiert dafür in beiden, gleich, in beiden Halbzeiten gleich viele Gegentore, oder gleich oft Gegentore, wir kassieren doppelt so oft Gegentore in der zweiten Halbzeit, wie in der ersten Halbzeit, das vielleicht auch Sachen, wie man ein bisschen achten kann am Sonntag, auf die Spielphasen und sowas, ähm, Gladbach tatsächlich auch die zweitbeste Chancenverwertung in der Liga, glaube, wenn man da rein darauf schaut, wie viele Torschüsse insgesamt eben, und wie viele Tore daraus entstanden sind, ähm, mit 14,6%, wir sind auf Platz 4 mit 12,2%, weil, wir haben acht Plätze Unterschied tabellarisch, aber, Gladbach ist, äh, ja, nur sechs Tore schlechter in dem Sinne, also nur sechs Tore weniger erzielt als wir, ähm, im Ballbesitz ist es wieder Platz 12 gegen Platz 3, also Gladbach auf Platz 12, wir auf Platz 3, ähm, beide Teams gewinnen viele Zweikämpfe, Platz 6 gegen Platz 3 in der Bundesliga, also es wird auch interessant dann, ähm, in gewordneten Kopfballduellen sind wir auch gleich auf, ähnlich auf jeden Fall, in der Laufdistanz ist Gladbach leicht besser, in Sprints und intensiven Läufen sind wir aber dafür dann dort mal wieder besser, da ist Gladbach auf Platz 17 und Platz 16, Sprints in der Tore Läufe, wir auf Platz 12 und Platz 11, was auch nicht überragt, aber schon besser als Gladbach, die ja im Tabellenkeller da stecken, und auch interessant, das ist ja auch ein Thema, das wir immer haben, aber das auch Gladbach hat, nicht so viele Fouls, nicht allzu viele Fouls im Gegner, Platz 15 gegen Platz 16 heißt es hier, aber bei den Karten, also wenn sie mal rangehen, oder einfach auch vielleicht schlechte Schiris erwischt, keine Ahnung, aber wenn sie mal rangehen, sind die Gladbacher wohl ein bisschen ruppiger als wir, weil wir Gladbach auf Platz 15, der insgesamt ein Fouls im Gegner, aber auf Platz 7, was die Karten angeht, wir sind auf Platz 16, der insgesamt, ja, Fouls im Gegnern, aber auf Platz 18 in den Karten, wir haben die wenigsten Karten insgesamt bisher kassiert, in der gesamten Bundesliga, und auch vorhin angesprochen, können auch einen Rekord aufstellen, noch nie haben wir mehr als 35 Punkte geholt, in einer Hinrunde, aktuell sind es ja noch 34, und das eine Spiel steht eben noch aus, was man auch sagen muss, das finde ich immer ganz nett, aber immer mit reingepackt, am Ende, so ein bisschen quasi selber, selber hochgebastelte Statistik, die es so eigentlich gar nicht so richtig einzusehen gibt, sag ich mal, nämlich das Thema, Spiele nach der Winterpause, also quasi, wie kommt man raus, nach der Winterpause, in den letzten 10 Saisons, gab es 2 Siege, 2 Remis, und 6 Mal verloren, in den letzten 10 Spielen, in der Bundessiega, 2 Liga ausgelassen, in der Bundessiega, nur 2 Siege gab es, direkt nach der Winterpause, aber auch da muss man sagen, letzte 10 Bundesliga-Saisons, die sahen auch alle insgesamt, deutlich anders aus, als die Saison, die wir aktuell spielen, deswegen muss das gar nichts heißen, aber ich fand es immer interessant, da drauf zu gucken, auch sehr stark, der VfB, 4.800 Fans unterstützen den VfB, im Borussia-Park, schreibt der VfB, das heißt, wenn der VfB 4.800 schreibt, können wir, glaube ich, auf jeden Fall schon mal von 5.000 oder sowas ausgehen, gibt auch noch ein paar Karten an der Gästekasse, Restkarten verfügbar, vor Ort in Gladbach, wer noch kurz entschlossen ist, und da noch hinfahren möchte, Gladbach, ja, ich sage, in der Liga, Platz 12, aber man will halt trotzdem nicht so weit gehen und sagen, ja, die schlagen wir locker oder da ist ein Auswärtssieg Pflicht oder whatever, ist immer noch Gladbach, ist immer noch ein Name, Auswärtsspiel bei denen, ist für uns, wie gesagt, auch nicht so das geilste Terrain gewesen bisher, ähm, klar, vielleicht kann man auch, hätte man für Gladbach ein bisschen mehr erwarten dürfen, bisher haben wir auch ein paar geile Spieler, Rocco Reitz, Honorar hat viele statistisch gute Werte, auch im, äh, im, im Teamvergleich, Gladbach VfB, ähm, Rocco Reitz, wie gesagt, auch schon angesprochen, großer Shootingstar gerade so ein bisschen, ähm, die haben schon, die haben schon was im Kader drin, ich finde Trainer auch grundsätzlich gar nicht mal schlecht mit Siwane, fand die Idee gut, dass sie gut haben zu Saisonbeginn, ähm, jetzt ist Platz 12 sicher nicht das, worauf sie so Bock haben, muss man auch sagen, dass es auch nicht viele Punkte weg sind, drei Punkte auf Platz 9 oder sowas, also, in gewisser Reichweite in Richtung Europa ist natürlich noch was drin, bis Saisonende ist ja klar, aber Platz 12 gerade bestimmt nicht so geil, ähm, für die Gladbach-Fans auch, oder für die Gladbacher, für die, für die Verantwortlichen, aber Kader ist schon mehr drin, da können schon mehr gehen, ist nichts, was du unterschätzen darfst, aber, ne, Thema Intensität habe ich ja auch gerade schon angesprochen, den kannst, glaube ich, auch in gewisser Weise, selbst wenn es in Gladbach ist, den Schneider in gewisser Weise abkaufen, ähm, du bist spielerisch da, ne, wir haben es ja, ich sag mal, die komplette Hinrunde, da war Heidenheim vielleicht nicht so stark, das Spiel, aber das, das einzige richtig schlechte war in München, und von mir aus die eine Halbzeit in Leipzig, und sonst bist du ja immer stabil, bist du zurückgekommen, das Spiel gegen Augsburg war richtig stark, deswegen gibt es auch keinen Grund für uns, da jetzt irgendwie, auch wenn Gerasi weg ist, Silas weg ist, ne, Ito, Jung, gibt es für mich absolut keinen Grund, warum wir uns hier nicht auch mit Selbstbewusstsein tippen sollten, sag ich mal, weil darauf läuft es ja hier im Endeffekt raus, ähm, ich denke mal, Aufstellung haben wir wahrscheinlich echt schon quasi gesehen gegen Fürth, das wird sehr, sehr ähnlich sein, Stenzel rechts, Anton Zagadou, Mittelstädt links, Karel Sestiller rechts, Nebeling linksführig, Mio, Undaf, ich glaube, es wird schon sehr in die Richtung gehen, äh, vielleicht hat er noch einen Wagnummann, Chancen auf ein bisschen mehr als, als Bank, ähm, aber ich glaube, in die Richtung wird es schon sehr gehen, ähm, deswegen, mein Tipp in Gladbach, ich glaube, wir können auf jeden Fall gewinnen, das wäre auch sehr, sehr geil, es wäre ein brutal geiler Start in die, in die Saison, in die Rückserie, ins Jahr 2024 natürlich, aber mit dem, mit dem, mit dem angemessenen Respekt vor Gladbach, logischerweise, deswegen gehe ich hier auf ein 1 zu 2, Auswärtssieg in Gladbach, ähm, kann auch gut sein, dass es nochmal so ein Ding wird, weil das können wir diese Saison, was ja auch so wunderschön ist, Spiele entscheiden, auch noch kurz vor Schluss, ne, Köln, Darmstadt, Mainz, vielleicht fällt noch das 3 zu 1, aber ich bleibe mal noch, Vorsicht, Ticker auf einem 1 zu 2 Tipp von uns, ähm, in Gladbach, ihr habt auch schon getippt, im Community-Tab bisher schon fast 1.600 Stimmen, 91% von VfB, ist ja klar, dass du immer mehr VfB hast, aber es spricht schon eine sehr, sehr deutliche Sprache, wie ihr das auch seht, gerne Prognose auch zum Gladbach-Spiel, in die Kommentare auch inhaltlich, was ihr glaubt, wie es gegen Gladbach, ähm, laufen wird, wir dürfen nichts als Selbstläufer sehen, wir dürfen jetzt nicht irgendwie, die ganze Rückserie denken, ja, Platz 3 haben wir doch, dann bleiben wir auch, und wir sind doch ein Champions-League-Team, wir spielen gerade wie eins, und wir haben es auch verdient, wo wir gerade stehen, wir haben es absolut verdient, sogar auch Tacken weniger Punkte sogar noch, äh, hier, na, im Vergleich zu Expected-Points-Tabelle, sind wir sogar Zweiter bei den Expected-Points in der Tabelle, sind wir sogar auf Platz 2, auch nicht in dem Sinne, dass wir uns nicht dafür loben können, und nicht mit Selbstversorgung dagegen laufen können, aber in dem Sinne, vielleicht kann ich mich damit ein bisschen retten gerade, war glaube ich ein bisschen komisch formuliert, aber in dem Sinne, dass wir jetzt auch, wenn wir jetzt in Gladbach auf einmal Unschieden spielen, oder im Stimmungsfall sogar verlieren, nicht auf einmal durchdrehen, oder irgendwas, ne, glaube ich auch nicht dran, aber trotzdem nochmal, mir irgendwie ein Anliegen, immer noch Gladbach, du spielst da immer noch nicht auswärts bei, keine Ahnung, bei Bottrop irgendwo in Liga, in Liga 5, Liga 6, was weiß ich, haben wir irgendwas rausgelabert gerade, deswegen auch da, einfach auch in dem Sinne, Bälle flach halten, aber mit dem Wissen, dass wir richtig was drauf haben, mit dem Wissen, dass wir richtig Vertrauen haben, in Hoeneß, das Team und so weiter und so fort, deswegen tippe ich hier auch auf einen 1-2-Auswärtssieg. Und dann kommen wir doch tatsächlich doch noch, ich habe jetzt fast selber nicht mehr für möglich gehalten, zum Schluss, zum Abschluss von der Podcast-Folge, mit den Tipps, da, klar, wir haben jetzt schon Samstag, weiß gar nicht, ob ich das noch fertig bekommen, bevor es in die Konferenz geht, aber, ist ja klar, ihr seht es auch bei Tippkick, die Spiele wurden schon im Vorhinein getippt, Bayern schon vorbei, da habe ich auf 3-1 getippt, natürlich macht noch Kane zum Schluss, am 90. ist 3-0, ist ja toll, 2-0 wäre besser gewesen, weil der Torabstand dann richtig gewesen wäre, war noch mal ein Punkt mehr gewesen, ein Kicktipp, da kann ich jeden Punkt gut gebrauchen, aber dann hat er mir nicht gegönnt, der gute Kane. Und dann, ja, Rest vom Spieltag, Köln-Heidenheim habe ich auf ein 1-1 getippt, ich würde es mir tatsächlich auch wünschen, dass Köln da unten wieder rauskommt, 1-0, diese geilen Trainingsbilder gesehen, wo die Ultras da waren, nochmal richtig ordentlich reingescheppert haben, beim Training von Köln, also ne, würde ich mir schon wünschen, aber irgendwas in mir sagt, dass der Heidenheim auch wieder einen Punkt mitnimmt, dass Köln das, ja, ein bisschen unbefriedigend bei einem 1-1 da am Ende rausläuft, aber kann auch gut 1-0 ausgehen, Augsburg-Leverkusen 1-2 für Leverkusen, kann auch ein 1-3 werden oder sowas, kann auch ein überraschendes Unentschieden werden, weil Augsburg ja auch nicht schlecht ist, auch zu Hause nicht, aber Leverkusen ist einfach irgendwie so, so, so wild, klar, auch mit den Leuten, die jetzt beim Afrika Cup sind, aber da kommt halt ein Schick zurück und sowas, ne, ich sehe es irgendwie gerade gefühlt nicht mehr, dass die kein Spiel gewinnen, ähm, Leverkusen Frankfurt, äh, Leverkusen Frankfurt, Leipzig Frankfurt, sorry, 2-1 für Leipzig, Frankfurt, ne, bauen ein bisschen was auf, holen Transfers und sowas, aber Leipzig ist schon auch gut, gut heimstark, zumindest habe ich so so im Kopf, so ein knapper Sieg für Leipzig, vielleicht auch ein Punkt für Frankfurt, aber ich habe auf 2-1 getippt, Freiburg gegen Union, 1-0 für Freiburg, auch das könnte auch in die Richtung vom Unschiedenspiel gehen, aber ich bin beim 1-0 geblieben, Mainz-Volzburg, auch das kann sehr gut sein, dass Mainz das Ding gewinnt, aber irgendwie hat mich da auch das 1-1 wieder angelächelt, aber auf 1-1 getippt, aber man würde auch nicht wundern, wenn da Mainz mit 1-0 gewinnt, dann wird auch langsam bei Wolfsburg echt die Luft, äh, immer knapper, ne, also bei denen ist er ähnlich, also noch krasser als bei Gladbach vielleicht noch, oder ähnlich wie Gladbach, wie auch immer, ähm, auch da vielleicht sind die Erwartungshaltung höher, als das, was aktuell dasteht bei Wolfsburg, Darmstadt-Dortmund, äh, auch wenn es, auch wenn wir alle wieder Witze machen und sowas, aber ich glaube, Dortmund gewinnt das Ding mit 3-1 in Darmstadt, mal gucken, ob Sancho schon zu den ersten Minuten kommt, ähm, Bochum gegen Bremen, 1-0 Bochum, die sind einfach so dermaßen heimstark, Bremen können wir eh noch mal ein bisschen Gefahr laufen in der Rückrunde, ähm, ein bisschen abzurutschen, ähm, aber mal gucken, 1-0 für Bochum und bei uns, wie gesagt, getippt mit 1-2 und damit war es das von dieser XXL-Folge, hatte einiges abzuarbeiten, über Dezember, über Weihnachten, Neujahr, bis jetzt zum Spiel, dann eben morgen, natürlich auch gar nicht dazu gesagt, morgen streamen wir, Livestream-Reaction, morgen ab zu 17.15 Uhr oder sowas, wie ihr es kennt, bei mir dann auf YouTube, zum Gladbach-Spielstimmer zusammen an, das Auswärtsspiel in Gladbach, ähm, und, ja, lange Folge gewesen, war mir schon im Vorhinein klar, sind wir wahrscheinlich echt so bei 2 Stunden 15, vielleicht sogar ein bisschen drüber, absoluter Wahnsinn, mal gucken, ob es irgendwer von euch in einem Rausch durchgehört hat, ähm, ob einer von euch überhaupt das Ding komplett durchhört, so, deswegen dafür sind ja auch die, 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 die Kapitel da, ne, so die Gliederung, so irgendwer sagt, ja, der Punkt juckt mich nicht, ich switch zum nächsten weiter, dafür ist es ja da, ähm, weiß auch, dass jetzt nicht das beliebeste Video der Welt sein wird, mit der Videolänge, ähm, aber es war mir auch ein Anliegen, es einfach loszuwerden, jetzt mal im, im stumpfesten Sinne, ähm, ähm, die ganzen News hier rauszukriegen, rauszuhauen, alles auf einmal, weg damit, und dann ab in, in die, ja, ich sag mal Rückrunde, auch wenn es das noch nicht ist, aber ab in die Rückrunde von der Bundesliga, ab in den Restart nach der Winterpause, ähm, wir werden natürlich gerne Kommentare unten in den Kommentaren da lassen, alles da lassen, was ihr so im Kopf habt, äh, ich merke, dass mein Kopf langsam ein bisschen, bisschen durcheinander wird, nach so viel Labern, nach so viel Faseln, deswegen gerne auch wie immer kostenlos Abo und, äh, Like da lassen, ganz klare Schichte, auch ganz klar und wichtig und richtig, danke fürs Zuschauen, natürlich ganz klar hier viel mehr fürs Zuhören, und bis zum nächsten Mal.